Was wollen wir für eine Karte spielen? Ich weiß nicht, wir sind einfach mit Kontinente. Okay. Wir können auch kleine Kontinente. Wie viele sind wir? Wie viele Spiele sind wir? Die sind jetzt fünf Leute und noch drei KIs halt. Was könnte man dieses? Ja, ne, fünf Leute. Was könnte man diese sechsblättrige Dinge nehmen? So sechsblättriges Kleeblatt. Die aus den Regionen, die Karte treibt die Spieler in Richtung der Mitte. Ja, nur als Beispiel. Ja, sechsarmige Schneeflocke. Ja, oder sowas. Oder... Ich fände so eine große Karte, weil das ist halt so... Ach, das ist nur eine normale oder was? Ah, das sind die kleine. Okay, gut. Nee, du kannst es genauso machen. Nee, nee, das ist dann... Das ist quasi so, die treffen sich dann in der Mitte und dann kämpfen halt alle quasi um die Mitte drum, weil es da die nice Ressourcen gibt. Faktal. Groß. Seen. Eine Welt ohne Ozeane. Nur mit Seen und Binnengewässern. Na gut, da können wir dann die Dinge nicht machen. Da gibt es ein paar Heurekas, die wir nicht kriegen. Na, ich meine Fraktal. Ja, Fraktal. Achso, es gibt Fraktalsplitter, Fraktal. Eine unberechenbare Karte mit einer oder vielen Landmassen. Ja, das ist quasi random eigentlich. Aber wir können auch Fraktal machen, das wäre cool. Ich würde ja sagen. Von mir aus mal Fraktalsplitter. Aber ich sage... Nee, nur Fraktal. Nicht Fraktalsplitter. Ja, ja, Fraktal. Achso. Fraktal. Schuhe, Axel. Machen wir Fraktal. Äh, Kartengröße machen wir Standard. Groß, riesig? Äh, groß, also für 10 Spieler quasi. Okay. Schatz starten 15 oder weniger. Ja, so viele wie halt ange... Standard. Ja, okay. Erstmal hier... Okay, den Namen schaffst du schon. Keine Runden. Passt. Autospiel. Äh, wir machen da natürlich wieder Monopol und Geheimgesellschaften, oder? Ja. Ja. Ähm... Wenn die Rundenbegrenzung... Da habe ich zwar eine Frage, ne? Mit diesen... Mit diesen Monopolen... Ja. Da kann man doch... Wenn man 3 oder 4 von irgendwas hat, kann man doch dann noch das verbessern, ne? Wenn du dann 3 von dem hast, ja. Ne, warte, ich hab 2. Wenn du 2 davon besitzt, dann kannst du so... Ne, wenn du 2 hast und du 3 hast, dann kannst du... Dann kannst du es einmal verbessern und dann kannst du es nochmal verbessern, ne? Ja, aber dafür brauchst du dann die dritte... Copy davon. Weil in meinem Six-Player-Spiel hatte ich... Gefühlt jede Ressource... Ähm, konnte aber nirgends wo sowas bauen. Ja, weil du brauchst einen großen Händler. Du brauchst einen großen Händler, du brauchst einen großen Händler. Ah, okay. Das erklärt. Das erklärt sich. Okay. Das kann man dann mit dem großen Händler upgrade, weiß ich. Ja. Ähm... Guck das sieht aus. Runden hast du runden auch ausgemacht, runden Begrenzung? Ja. Mh... 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 Das gehört an. Das ist eigentlich nicht so. Da kannst du dir so bestätigen. Hast du privat gemacht? Ja. Okay, dann tun wir mal bestätigen. Dann lade ich euch mal ein. Ich habe Maxi gar nicht im Ding. Müsste eigentlich von Hans Liener beinladen. Also, ich glaube, jeder, der da drin ist, darf irgendjemand einladen auch. Ja. Maxi? Ja. Du musst dich noch online stellen, glaube ich. Bin ich nicht online gestellt. Oder doch, bist du online. Du bist aber nicht im Spiel online. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich wollte gerade auch. Dann stelle ich die KI auf König, oder? Also, eins höher halt. Ich glaube, ich glaube, der ist nicht nur auf Handel und so. Basically. Maxi, wie heißt denn du auf? Warte, warte, warte kurz. Wenn der Dexter mit drin hat, der von neun Tagen online war. Habe ich den überhaupt noch mit meinen Freunden? Ich glaube, den habe ich da auch rausgeschmissen. LOL. Ne, dann habe ich da tatsächlich nicht raus. Ich habe aber seine Nummer, okay. Ja, der hat einen VAC-Ausschluss, was? Was? Ja, der hat einen VAC-Ausschluss. Das ist von... Wenn du quasi cheatest und dich das Anti-Cheat-Programm dann rausschmeißt. Das band dich dann für die Online-Förer von irgendwelchen Spielen. Ah, na gut, jetzt habe ich ihn gefunden. Verbindung zu Spielern wird hergestellt. Steht bei mir noch. Ah, er ist mit drinnen. Mods fehlen. Steht über die nötigen Mods, um das Spiel zu starten. Los, welche Mods. Ja, ich bin noch nicht dran. Ach so, ah, okay. Welche Mods ist das? Warum ist er bei mir? Au, er hat gerade einen Megaping, Alter. 3682 BILD. Ich habe mich noch mal ausführen. Okay. Oh, Janik nimmt hier... Ich habe ausgewürfelt. Echt? Ach so. Ach so, ja, guck, dann würfel doch einfach auch mal aus, Asuka. Äh, wie viele sind denn das? Schon ein paar. Ja, ich habe mir halt 20 rausgesucht. Okay. Ich mache, ich scroll jetzt einfach und klick dann einfach mit geschlossenen Augen. Und natürlich habe ich niemanden ausgewählt. Pericles. Okay, nämlich Pericles. Da ist jetzt einer raus, oder? Äh, ja, Maxi ist wieder raus. Anscheinend. Ja, ich bin... Wird das etwa ein Kultfugelmatch up? Bitte, Mensch. Oh, boah. Ein Kultfugelhandelssäge, Fall Babilon. Okay. Jemand möchte ich noch einladen. Wobei, Leute, ich will das hier mit mir handeln. Ich bin Klopatau. Handelt einfach. Äh, nimm mal meine Freundschaftsanfrage an. Wenn du es noch nicht getan hast. Bestätigen. Bestätigen. Habe ich dich jetzt dran? Ähm. Es sind drei Freunde online. Mr. Us Medium. Ja, dann... Jetzt muss ich mich einer einladen. Ich kann nicht auf mir hier meine Liste nicht sehen. Das ist wirklich ein bisschen weird. Ah, jetzt kann ich dich sehen. Äh, in Lobby einladen. Bin ich denn überhaupt? Übrigens, Yannick, hast du von denen eigentlich, also bei diesem, ähm, American Dings da, Getränke Ding, was gekauft hast, musstest du da eigentlich den Pfand auch nachträglich nachzahlen? Was? Ich hab das ja über Paypal gemacht, da hab ich irgendwie nur 60 Euro gezahlt. Dann muss, dann, dann muss ich ja beim Nachhinein irgendwie 13 Euro Pfand nochmal nachzahlen, weil, äh, Paypal das irgendwie nicht ganz gecheckt hat. Was hast du denn gekauft? Und ich hab das halt, ähm, drei Tage später erst gesehen, nachdem ich das gekauft hab. Die haben ja drei E-Mails geschickt. Also, ich hab, bei mir haben sie so einfach abgebucht, oder so. Okay. Also, hast du vielleicht Paypal in der Schweiz bei dir, oder? Nö, eigentlich nicht. Die meinten, die haben mir geschrieben, da irgendwie, da war irgendwie, da ist anscheinend irgendwie ein Fehler bei Paypal irgendwie deswegen gelaufen. Und das hat das nicht ganz, keine Ahnung, kann aber auch sein, dass die das irgendwie nicht gecheckt haben. Und, Silly, äh, ich hab mir zwei Collies, ähm, Mountain Dew Code Red gekauft. Oh. Und, äh, und noch drei Dosen, ähm, Mountain Dew Major Melon. Aber, was sind denn Collies? Ist das? Das ist ein, ist ein, ist ein Karton. Das ist ein 24er Pack. Die werden auch, die werden auch Collies genannt. Oder Trey, je nachdem. Code Red, da kann ich ja das tun. Sicher, dass du in deinem Körper mit irgendwie so 50, 60, äh... Als Code Red, hast du schon mal Code Red probiert? Nein. Dann, äh, weißt du nicht, was du verpasst. Wasser. Wasser. Ich hoffe, ich spawne neben keinem von euch beiden Idioten. Wer ist Idiot für dich? Wer, ist die Frage, ja. Damit seid ihr alle gemeint. Uns beiden, uns allen. Uns beiden allen, finde ich gut. Aber handelt mit mir, Leute. Ihr kriegt dann plus vier Gold. Besichert euch damit die Hingabe eines... Ne, halt, warte mal. Plus zwei Nahrung, plus zwei Gold bringen euch die Hallesruten zu mir. Handelt einfach. Ich bin auch am überlegen, ob ich mir jetzt... Ob ich dich noch an die aufmach. Können wir doch. Apropos, ich bin ein Bierchen. Was machst du dir? Ein Bierchen. Alter, Aska ist schon fertig mit Laden. Junge, man. Aska, wann wir dir die Ediktion anfingen. Was? Die Abhängigkeit, die Sucht. Von was? Die Sucht. Von was? Weiß nicht. Die Sucht, wovon? Von 24 Mountain Dew Dingern. Wieso diese... Tell me. Ich würde ja gerne Stream snipen bei dir, aber das verkraftet mein Internet wahrscheinlich nicht. Oh, stimmt, ja. Also eigentlich sind mutane Runden, ne? Ja. Ja. Also ja, dynamisch. Oh, ehrlich. Ich muss den Stream neu starten. Haben wir legendären Start genommen? Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher, oder? Nö, ich frage nur. Wir haben es nicht. Weil ich habe ziemlich... Wenn das legendär ist, dann weiß ich nicht. Aber gut, wenn... Ich glaube aber nicht. Also ich habe hier... Ich habe hier... Fleck, Fleck. Ich habe hier ein Luxusgut in meiner Nähe und... Ja, ich auch. Ne, das passt, passt, passt. Ich brauche auch ein Luxusgut. Naja, zwei aber eins ist im Wasser. Okay. Ja, eins ist... Eins ist bei... Eins ist bei mir in der Nähe noch. Ihr habt eine Luxusgüte. Also Maxi hat sich ja wieder gemutet. Hä? Hallo. Ich habe aber richtig wenig Production in meinem Gebiet, Alter. Ich auch. Ja, aber bei mir geht's. Hä, ihr habt Gebiete? Ich habe einen Production-Pile, Alter. Okay, wir machen erst das... Satz hier. Übrigens, Tobi. Ja. Du wirst wissen, was ich mir jetzt vor kurzem auf Steam gekauft habe. Was denn? Ich habe mir auf Steam... Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist gekauft. Loll! Nachdem ich zufällig auf so einen Yu-Gi-Tuber gestoßen bin. Der CK Phoenix heißt. Das sind die Leute, die Videos über Yu-Gi-Oh! machen. Das ist nur... Nur über Yu-Gi-Oh! Die nennen sich selber Yu-Gi-Tuber. Aber ja, das wusste ich auch nicht. Der Dude, wie der Dude heißt. Der CK Phoenix. Der hat irgendwie 10.000 Abonnenten. Und der macht halt immer so... Der macht halt so... Der macht halt so Unboxings. So wie ich. Und... Halt solche... Solche Deck-Vorstellungen. Oh, ich habe einen Stadt-Stadt gefunden. Und ich kann Gouverneur nennen. Die Frage ist, gehe ich auf die Eulen der... Nehme ich die Eulen der Minerva? Die Gesandten sind für mich halt eigentlich nicht schlecht, weil ich mehr Kultur kriege. Je öfter ich... Oder... Genau. Ja, nur wenn du Zerrien hast. Ja, ja. Und das ist ja das. Das ist ja das. Weil doch die kriege ich ja viele Gesandten. In die Stadt-Städte. Okay, also... Du kannst aber auch warten, natürlich, ne? Ja, klar. Du musst den Gouverneur nicht ausgeben. Was gab es für Kriegslustig? Nein. Warum? Ich habe schon Angst, gell. Ach so. Ich war schon am überlegen, wenn wir jetzt... Ich war schon am überlegen, ob wir... Nö, ich habe noch niemanden entdeckt. Ich war schon... Aber ich war tatsächlich am überlegen, ob ich nicht auf die Dinge gehe, auf die Vampire, wenn wir zu sechs spielen. Ich hatte ein Geld auf die Vampire. Aber die Chance, die Vampire zu haben, ist tatsächlich am geringsten. Findet man die überhaupt? Das ist nicht... Indem du... Indem du ein Barbarenlager zerstörst. Ah, okay. Aber du... Ah, ja. Das stimmt. Und die Chance ist bei 70 Prozent, dass die kommen. Also, dass du einen Gesandten bekommst von denen. Okay. Also, das ist... Bei den anderen ist es 100 Prozent, bloß bei denen nicht. Das ist jetzt ein bisschen belastend, muss ich zugeben. Eine Stadtstadt da unten wird, glaube ich, erobert. Wie? Und was? Wie? Ja, von mir. Ach so. Ich stehe ein bisschen neben meiner Hauptstadt. Okay, ja. Ach, lol. Das ist natürlich nicht so schön von dem, ne? Was für Läpfel lässt er sich ein... Ja, aber wirklich. Ich hätte davon gedacht, dass... Wird natürlich nichts tun, aber er, er will ja unbedingt spielen. Und Tobi? Ich hab dann auch... Der macht auch Let's Plays von... Er geht sich auf die Duelist und als ich das so angeguckt hab, wie weiß ich, ich hab richtig Bock wieder... Ich hab wieder richtig Bock auf Yu-Gi-Oh! bekommen und hab mir das dann gekauft. Ja, Mann. Vor allem, du kannst halt die Story von allen Dingen durchspielen. Von... Von den ganzen Serien. Von allen Yu-Gi-Oh! Und das ist halt... Recht interessant. Ich war auch überlegen, ob ich mir nicht mal... Ob ich mir da nicht mal irgendwie so ein Deck noch mal... Wirklich mal so ein Deck zusammenbaue, um da einfach mal so ein bisschen... wieder spielen zu können. Ich mein halt... Ich mein halt... Ich mein halt... Ich mein halt... Ja, ich mein halt echt... Ja, das ist die Sache. Also ich muss sagen, die Yu-Gi-Oh!-Preise, die sind tatsächlich insane. Ich weiß nicht, wie Konami das... Ähm... Alter... Also, ich muss sagen... Hast du schon mal was vom Infinite Money Glitch gehört? Also ich... Infinite Money Glitch? Die printen einfach Geld. Ist egal. Ach so. Ich will nicht wissen, was die an Gewinnspannen draufhaben auf den ganzen Karten. Ach so. Ja, ja, klar. Also okay, ich muss sagen, Konami ist in dem Punkt wesentlich intelligenter als Wizards, weil die den Sekundärmarkt absichtlich beeinflussen und Wizards versucht hat, sich daraus zu halten. Das heißt, sie absichtlich beeinflussen. Ich kenn mich bei Yu-Gi-Oh! nicht aus. Ich weiß, was über Metal ist. Es ist quasi so, du kannst den Sekundärmarkt absichtlich beeinflussen, indem du quasi zum Beispiel jetzt sagst... Ach, indem du Karten schorten könntest. Indem... Indem... Genau, indem du dementsprechend gängige Karten oder sehr seltene Karten in dem speziellen Auflagen komplett nochmal reprintest und alle Leute stürzen sich auf die Karten. Die werden natürlich selten und dann gehen die Preise... Ach, nee, 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 nee. Das ist ja noch okay, weil da kriegst du die Karten... Ja, ja, klar. Du kriegst die Karten ja auch noch in niedrigen Raritäten. Nee, das Schlimme sind die... Genau. ...sind die guten Karten in den hohen Raritäten, die sie dann auch extra weniger printen als andere Karten von der selben Rarität. Also unter anderem auch. Das ist halt so, ähm... Das sind dann... Und das sind dann schön zufällig natürlich genau die zwei, drei Schlüsselkarten für fünf verschiedene Decks. Ja, die Sache ist... Also ich mein, bei Konami war das tatsächlich so, was ich da... Was ich teilweise gehört hab, dass manche Karten, die packen die extra als Promos in die... In manche Ding mit rein, in manche Boxen. Aber das ist... Aber das ist tatsächlich dann irgendwie... Die Chance ist irgendwie so bei 5%, wenn du die Box kaufst, dass genau die Karte mit drinnen ist und es hat eine der Karten, die du halt immer gebrauchen kannst und sowas. Und somit bringst du das halt wiederum. Und die sind dann natürlich auch irgendwie super, holo, mega, rare, was auch immer. Und die werden dann halt irgendwie für 300 Euro dann immer gehandelt oder so. Ja, gut, aber das sind Sammlerkarten. Also das ist dann... Ja, gut. Sammler-Value und so. Gut, in dem Punkt mit diesem... Mit diesem Vollmarkt, mit dem Vollzeug ist halt wiederum so ein eigener Markt. Das seh ich auch bei Magic. Da gibt's manche Karten, die sind dann halt... Die kriegst halt in normal, wenn die dir hinterhergeworfen in voll sind, die halt irgendwie das 50-fache Wert davon. Aber das ist halt so... Naja, aber ich find, die, äh, beeinflussen, versuchen den Sekundärmarkt schon ein bisschen mehr zu beeinflussen. Vor allem, äh, was ich auch immer gehört hab, die versuchen halt immer diese nostalgischen Decks vor allem, sowas wie, äh, Blue-Eyes oder Red-Eyes und sowas, die anscheinend nicht wirklich... Nein, also es war, also es war früher nicht so. Jetzt machen wir das so, damit die schon pushen wollen. Ja, klar. Aber früher war es nicht so, weil zum Beispiel jetzt haben sie zum ersten Mal nach 15 oder 20 Jahren Götterkarten-Support rausgebracht. Echt? Weißt du, wie viel Geld... Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist wirklich, das ist wie, als wenn du den Gelddrucker anwerfen würdest und einfach Geld... So, so, so ist es. Wirklich, so ist das. Ja, klar. Die Leute stürzen sich ja drauf. Die Leute weg. Also das ist, äh, wirklich ein Sinn. Ist jetzt nicht ernst, oder? Doch. Ja. Der Prinz ist gerade ein Vulkan ausgebrochen, er hat ein Feld zerstört und dann, eine Runde später, ist ein Eissturm hergekommen, hat nochmal das Feld zerstört. Kehrlich. Vulkan und dann kommt... ein Eissturm. Oh, hier ist, hier bei mir ist tatsächlich auch ein Vulkan. Das ist belastend. Ich muss gleich sagen, mein Staat ist richtig scheiße. Ja, meiner auch. Meiner auch. Ja, meiner ist auch nicht wirklich gut. Im Schneegebiet, im Schneegebiet. Ich bin, ich bin, ich bin auch, ich bin, ich bin auch oben in einem Schneegebiet und ein Stadtstaat ist auch nicht allzu weit weg von mir, aber der ist noch außerhalb von meinen Grenzen, also da könnten die so aneinander stoßen. Aber, wir können aber nochmal neu starten, wenn ihr wollt. Was? Loll. Also, die Möglichkeit besteht immer, solange wir, wir sind jetzt noch in Runde 14, also... Wir gleich, wenn ihr alle wollt. Ja. Ja, ich siedle am Wasser. Ja, Wasser ist nicht schlecht. Okay. Ja, ist nicht schlecht, aber trotz, also das ist halt, also das verlangsamt halt alles, ne? Ja, klar, weil du nicht so viel Produktion hast, wie bei anderen zum Beispiel. Keine Produktion, keine Luxusgüter. Ja. Lass uns neu machen, oder? Okay. Dann machen wir legendären Start. Ja. Zurück zum Hauptmenü. Zurück zum Hauptmenü. Und ich, aber ich weiß halt auch nicht, ob Konami das so macht, also ich kenne die, von diesen Sets, die Regelungen nicht, ob die das, bei, bei Magic ist es relativ einfach, du hast, wenn du quasi Meta, versuchst Meta zu spielen, in dem Punkt einfach Standard, dann hast du in dem Standard halt immer die aktuellen, Achso, das gibt's in Yu-Gi-Oh! nicht, du kannst jede Karte verwenden. Weil das ist, das ist mir aufgefallen, ich wollte zum Beispiel, der hat, Sieker hat da zum Beispiel so ein Ding gemacht, so ein, so ein Deck-Profile gemacht von einem, ähm, ähm, bewaffneten Drachendeck. Und er spielt da zum Beispiel den bewaffneten Drachen Level 10, in den normalen, den vor, ich weiß nicht, vor 15 Jahren oder so, ja, zu dem Zeitpunkt gab, als ich nicht noch Yu-Gi-Oh! gespielt hab. Und, dementsprechend, äh, ich hab halt mal auf MKM geguckt, der ist halt im Schnitt, äh, so um die 50 Euro wert, also zwischen, Wenn du in einer guten, wenn du in einer guten Qualität haben willst, ja. Ja, ich hab, ich hab gesehen, manche bieten den für so quasi für eine richtige Shit-Qualität für 5 Euro oder so an. Da könnte ich noch sagen, okay, aber die Karte will keiner. Würde ich, da denke ich mir schon, okay, könnte ich mir schon, ich hab mir schon tatsächlich auch bei Magic ein paar Karten gekauft, die in einem richtig bad Zustand waren, war eigentlich noch, fand ich noch sehr akzeptabel, also. Würde ich nie machen. Auch wenn nur Karten, die gut oder höher sind. Okay. Okay, Startpunkt Legenda. Wir machen jetzt wieder fraktal. Ich muss aber nicht reden. Ich hatte zwei Karten und dann wollte ich einfach die Karte in der höheren Rarität haben und hab sie mir dann nochmal für 30 Euro extra gekauft. Wenn man zu viel Geld hat. Ja. Aber wie gesagt, in dem Punkt muss ich auch, muss ich echt sagen, äh, in dem Punkt beeinflusst Konami den sekundären Markt auch sehr stark, weil wenn du jede Karte so benutzen kannst im aktuellen, äh, Standardformat. Nein, 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 das macht, äh, das finde, da, da finde ich es bei Magic, äh, ja, wobei, mhm, also es ist beides schlecht und gut, weil in Magic, du wirst gezwungen, klar, du musst halt immer wieder, du musst halt immer wieder, die neue, die neuen Karten zu kaufen. Klar, natürlich, das ist halt, wenn du die neue Meta spielen möchtest, dann musst du natürlich immer wieder die neuen Sets holen. Ähm, wenn du es so machst wie ich, ich hole mir eh jeden, jedes Set immer ein Display und mach das dann auf, weil ich natürlich die neuen Karten haben möchte. Und du musst halt immer wieder dein Deck halt immer nachrüsten und wenn dann das eine Deck halt rausrottet oder ein Teil der Karten rausrotiert, musst du halt immer nachbauen und alles. Aber das ist halt, das hast du halt bei Yu-Gi-Oh! genauso. Wenn neue Karten rauskommen, kannst du eh das Deck wieder überarbeiten. Es kommt immer drauf an. Es gibt schon viele Decks, die du halt einfach spielen kannst mit weiteren Karten. Also ich finde in Yu-Gi-Oh! es ist nicht so schlimm. Wie gut in Magic, wenn du da in die alten Formate reingehst, was ich modern oder so, wo du halt auch fast alle Karten benutzen kannst, die halt vorher waren. Da gibt es halt immer diese richtig krassen Kombo-Decks, die halt teilweise Tornow 1 schon instant gewinnen, wenn sie richtig ziehen. Aber ich war da tatsächlich mal überlegen, ob ich mir nicht so ein Low-Budget-Deck hole und dann einfach mal so ein bisschen einfach mal so ein bisschen Spiel, so random in so einen Yu-Gi-Oh! Store zu gehen und einfach mal zu spielen. Und die Yu-Gi-Oh! Stores, die haben alle zu. Die werden noch nicht wieder aufmachen. Ich glaube, die sind pleite alle. Ich meine ja, wenn Corona mal vorbei ist, dann sollten die dann auch existieren. Das ist halt die andere Sache. Ich weiß auch nicht, ich weiß, ich weiß. Aber ich kann dich gerne abziehen, Askar. Du machst aber auch gerne so, ne? Er cached da schon richtig rein. Ja, man, ich cache da schon richtig rein. Ja, ich habe da auch richtig rein gecached. Muss ich auch mal gucken. Und fand ich cached du out? Ich fand ich out-cache. Das ist zu viel Arbeit. Einmal Standard. Geh mal auf. Hier, Gabriel. Und der? Haben wir vorhin mitgespielt. Der spielt mit Waltraver Magic. Okay. Und die spielen halt auch online. Schaust du die oder online plus? Hä? So richtig oder online plus? Also die, die haben die Karten richtig, aber die spielen im Discord. Ach so! Ach so! Das meine ich. Ach so, mit der Übertragung und allem. Ja, ja. Das gibt ja auch für Magic so ganz bestimmt, äh... Ja, es gibt, es gibt Spelltape. Und alle. Spelltape zum Beispiel. Spelltape benutzen die in der Regel. Das habe ich auch schon. Magic Community ist wohl relativ groß, also die Deutsche in Discord, also da muss man nicht lange suchen, ein Game zu finden. Also ich habe jetzt mal aufgemacht. Kommen wir jetzt noch legen, dann starten. Ja, ich habe jetzt wegen der... Ich habe jetzt keinen Runden-Timer, dynamische Runden, Antike, Katastrophen-Ding 2, Stadtstaaten 15, Fraktal groß, ähm... Startpunkt legendär, dann Monopole, Kooperationen, Geheimgesellschaften, guckte Sieg aus. Verwendet ich da nicht, ich hatte den da. Keine Runden-Begrenzung. Wie hieß man Herrscher? Oh, okay. Äh... Pornmaker. Pericles. Ich könnte aber auch Gorgon nehmen, ist noch... Äh... War das Gorgon? Muss ich Multiplayer drücken? Äh... Du kannst natürlich auch Gorgon nehmen, ne? Aska. Ja, klar. Ich habe eine Strieche. Ja, die eine ist aber mehr Krieg und die andere ist mehr Kutbis. Ja, klar. Und nachdem Aska schon zweifelt, dann nachdem Aska eigentlich immer in den Krieg von einem von uns... Das ist ja vielleicht gar nicht der Kumpf, die mehr auf Krieg ausgerichtete zu wählen, gell, Aska? Gorgon wäre schon spicy. Aber ich kriege halt am Anfang auch einen Kriegsbonus durch die Barbaden. Ja. Also... Wäre gut, ne? Ich denke mal, die machen... Oder? Ja, Kulturbonus ist... ... ... Ach so, das macht beides. Ihr werdet eine Fertigstellung eingesandten. Cool. Let's go, boys. Go, go. Go, go. Volk-Debby. Go, go. Ich mache jetzt noch König. Auch bei den... So, ja. Alter, man streamt es einfach drei Sekunden delay. Wenn man Aska, dass du ihn nicht streben kannst, ne? Ja, war schon. Mein... Ja, mein Stream hat immer ein bisschen delay. Es ist allgemein so von Twitch. Das war auch interessant, als ich mit... Äh... Als ich da beim Schlachten wieder zugeguckt habe, ja nicht. Das erklären war mir ein bisschen schwierig, wenn das Bild halt sechs Sekunden Verzögerung hat. Ich wäre nicht anders, als ich denen das erklären sollte. Also Leute, wie ich schon gesagt habe, handelt gerne mit mir. Okay. Hauen wir. Ihr kriegt zwei Nahrung und zwei Gold. Deutschland erwartet den Segen, den Ares mit jedem Sieg über uns bringt. Ich wundert eigentlich... Bin ich eigentlich ein Typ oder ein Tuss? Und ihre kulturellen... Den spielst du dann? Ah, Königin, okay. Tomiris. Was ist denn das? Tomiris. Ja. Sinkitaria. Diskyten. Gütenreich. Oh, ich hör das von Maxi. Maxi spielst du eigentlich mit Lautsprechern, oder? Bei mir leckt, sag ich nicht. Ich hab, ähm, Abführer. Ah, okay. Glaub ich's denn hier. Sag mal, wie viele Religionen haben wir dann jetzt? Haben wir da sieben? Über sechs? Ich bin der Letzte von Leihun, die Münchliche Spiele im Spiel. What? Ich glaub, es wurde gekickt. Es wurde gekickt, Leute. Es wurde gekickt, glaube ich. Lol, ja. Silly. Ja, du bist raus. Äh, ich lade dich noch mal ein. Müsste gehen, also sofern wir noch nicht raus sind. Ist eigentlich gut, dass wir noch nicht in die Runde binden. Irgendwer ist draußen, ja? Ja, ja, ich glaube auch immer, es hat mich rausgekriegt. Ja, es ist halt ein Problem, ne? Wenn er jetzt... Warte, ich hoffe, mein NPC zu verpasst. Ah, ne, kann er nichts gemacht haben. Das kann er nichts gemacht haben, weil, äh, ihr die Runde nicht beendet habt. Ja, deswegen. Was? Jetzt, was will ich den Scheiß wieder, gell? Ich weiß nicht mal, ob ich Ziff auf meiner SSD hab. Ich hab's nicht. Ich hab's mittlerweile schon. Ich hab's mal rübergeschoben. Ich hab mich immer gefragt, weshalb ich so wenig Speicherplatz da hab. Dann dachte ich mir immer, ich hab's wie WoW und sowas mit drauf, aber das hab ich gar nicht. WoW ist alles auf meiner normalen Festplatte. Heim, Leute. Oh, mein Gott, der hat gesiedelt. Hat er an einem guten Tag gesiedelt. Oh, Wasserschildkröten. Ja, ist schon okay. Yes. Das ist kein Wunsch. Uh, ich hab einen zweiten Kontinenten entdeckt. Oh, Ripp. Gerika. Welcher ist das? Ich kenn den Kontinenten Kumari, Kandam und Ozeanien. Also mein Kontinent heißt Kongo, Kratan. Nee, Kraton. Du bist bei mir. Nee, Ozeanien bin ich. Oh, Ozeanien. Also der ist links von mir. Was ist links von dir? Ozeanien. Der Kontinent. Ozeanien. Oh Gott, ich hab ein... Hm? Ich hab einen Kontinent, den ich nicht aussprechen kann. Cool. Welchen dann? Äh, warte. Kumari Kundam. Kandam. Auf dem bin ich. Oh nein. Ich bin echt zwischen zwei von denen. Ja, aber ich bin an... Nee, Moment. Warum soll ich dir das sagen, wo ich bin? Weiß ich nicht. Fällt mir jetzt gerade auf. Der Herr dumm. Das ist ja... Vielleicht ja. Ich hab eine Stadt stattgefunden. Das hab ich nicht. Tja. Kommt eigentlich die Musik, äh, von diesen jeweiligen Ziff, den du genommen hast? Ja. Unter anderem. Aber wenn du andere Ziff triffst, dann kann auch von dem Musik kommen. Je nach dir, über welcher... Je weiter du fortgreitest, desto gemixt, da wird sie. Ja, man, da kann es passieren, dass wenn du... Wenn dein Nachbar hier Mongolei ist, dass du dann mongolischen Kehgesang hast. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Das ist schlecht. Wenn du dann nur ein O-Nein guckst. Ja. Rage Quill. Ja, Mann. Nee, ich hab die Lehrensinger schon gefunden. Aber ich glaub, ich... Erzähl mal von euch am Wasser. Äh, ja. Das Bernstein. Die afrikanische Musik hört sich an wie so Einschlafmusik. Ich schlafe gleich ein. Wieso Einschlafmusik? Was ist bei dir Einschlafmusik? Einschlafmusik? Weiß ich nicht. Die ist entspannt. Ich mag die Musik von England. England. Die haben gute Musik. Aber die... Das ist an sich so... Bekannt... So ein bekanntere Lieder, die kennt man halt irgendwie so her. Könnte auch einfach nur daran liegen. Ich brauch ein bisschen Nahrung irgendwie. Alter, bei mir lagts wie die Hörle. Also nur Discord, aber... Ach so. Das ist schon das Game. Da denk mir, was da los. Das muss lustig sein. Also ihr sagt genau das dann. Ja, in Wirklichkeit haben wir eigentlich alle... Benutzen wir grad Voice-Mod und haben Kong an. Ist klar. Oh Mann. Alter. Das krägt mich auf die Idee. Oh, ich hab den Vesuv gefunden. Da musst du sie sehen. Der Vesuv. Was? Oh nein. Warum denn? Oh nein. Hörst du das nicht? Nein, nein, Kong. Was soll ich? Oder? Du ignorierst das einfach. Ach so. Fucking Aska. Natürlich deklarier ich das. Was soll ich sonst machen? Ich hab Persien gefunden. Super. Ja, Mann. Also wenn du mir irgendwas sagen willst, dann... Spuckst du aus. Neul. Wenn ich's ausspucken soll. Das ist geil. Oh, ich hab's den Kapu gefunden. Oh, cool. Ja, Mann. Wir sind der Perser hier. Ich bin Kyros. Ich esse... Du hörst dir was? Ja, der Pergänger. Ich bin Kyros. Ich esse kein Gyros. Ah, ja. Ja, Mann. Ich bin voll krass, Mann. Übrigens, Yannick, ich hab jetzt das Labyrinthin-Video veröffentlicht. Ich muss sagen, das geht schon ein bisschen steil. Ja, ich versteh nicht, was du sagst. Ach so, ja, gut. Ich hab jetzt Labyrinthin, hab ich verstanden, ja. Das Video. Ist, wenn du lauter und deutlicher redest, glaub ich nicht, dass du was innen hörst. Du meinst, wenn ich näher ins Mikro geh, hört er mich nicht besser? Ne, glaub ich nicht. Ich hör dich nicht, ne? Also passt schon. Sonst sollst du zwölf Aufrufe, nein. Schreibst du hier. Stimmt, könnte ich auch machen. Ah, was... Woran geht's das? Zahn. Wenn er hier irgendwas, was du im Internet sagen kannst. Ja, dann wird das hier weg. Leute, ich mag euch zwar, aber ich will euch erst so spät wie möglich treffen. Das haben wir uns verstanden. Ich glaub, ich glaub, das ist nicht vermeidbar, Robi. Meine Startbex. Ja, aber man kann's ja hinaus zögern. Also zwischen uns. Zwischen vier und hier. Okay, ne, ich vergesse es. Vergess mich, wie gesagt. Ja, ey, nix. Lol. Juro. No. Ja, ja. Ich hab gehört, ich geh auf Krieg. Leute. Du gehst auf Krieg, echt? Ja, ich geh auf Krieg. Okay. Weil der Perser fünf Meter von meiner Hauptstadt entfernt ist. Mit seiner Hauptstadt. Elefanten. Persien ist aber da vielleicht nicht der, nicht der beste, um Krieg anzufangen. Echt? Ja. Wieso? Ich hab noch ein bisschen spätestens gleich. Das siehst du, wenn der Mittelalter die Schwertkämpfer hat, die schießen können. Was? Die hat Schwertkämpfer die schießen können? Ja, na ja, hat er wirklich. Ziemlich okay, ich war schon gar. Toll. Kann ich das nicht irgendwie sehen? Ich will wissen, was Gyros hat. Was meinst du? Du warst dafür, eben versucht, ob der wirklich die Special-Einheit hat. Diese schießende. Der hat er. Ja. Die und Sterblichen heißen die. Jetzt muss ich echt da hochrennen, weil da... Oh nein. Yeah. Wie heißt das? Oh, ich hab einen Gesangten bekommen, geil. Leute, ich hab nur so sieben Bock auf den Start. Auf was? Auf meinen Start. Echt? Aber es scheint um mich rumgehalten, bald keiner zu sein. Ich hab schon vier Stadtstaaten gefunden, die hat keiner davor entdeckt. Okay. Das ist natürlich chillig. Also ich hab... Wie heißen die Stadtstaaten so? Warum sollte ich das sagen? Wenn du... Wenn du noch nicht Jere-Bahn gefunden hast... Ich bin echt isoliert. Junge, ich hab fünf gefunden. Das war jedes Mal ein erstes Treffen. Oh, Ozeanien. Oh mein Gott. Das ist dein Nachbarkontinent. Na gar nicht voll. Probe, ich seh schon. Willi, Hilfe. Ach, ich glaub, du kannst... Und dann kommt er so ganz hinten rum, so ums Eck. Ja, moin, Tobi. Help. Meinst du nicht Welp? Nee. Nee, Elp. Elp war es es doch. Ha, um das Help-Felste aufzurufen. Elp, Elp, Elp. Willi, kennst du das noch? Du bist dumm. Was dann? Das mit dem Elp. Elp, um... Um Help zu schre... Help in den Chat zu schreiben, um die Wachen zu holen. Ähm. Ähm. Ich hab das in Erinnerung, wie Kini verdrängt hat. Ich weiß nicht, wovon er redet. Okay. Das war die Zeit, als wir mal Wurm Online probiert haben. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Doch, ich erinnere mich an Wurm Online, aber an den speziellen Moment tatsächlich jetzt nicht. Das war sogar ein spielinternes Meme. Es wird sogar in deiner Hilfe aufgerufen, wenn du in den Chat Help schreiben möchtest, dann auf H drückst, um die Hilfe aufzurufen, rufen, dann Elp reinschreibst und dann kommst du auf den Beitrag mit Elp. Was... Elp. Was oft einfach in den... Oder was oft in den Chat geschrieben wird, weil die Leute einfach nur... Eben, bevor sie in den Chat schreiben, auf H drücken und dann die Hilfe aufgeht und dann Elp in den Chat schreiben. Und dann keine Wachen kommen und dann sterben. F in den Chat. Genau, F in den Chat. Chat. F in den Chat, Leute. Wurm Online gibt es noch, aber... Es gibt sogar Wurm Unlimited. Das ist dann die kostenlosere Version davon. Das habe ich sogar gekauft und eine Weile gespielt. Auf dem Community Server. Lol. Ne, auf zwei sogar eigentlich. Ich glaube, der Community Server. Jetzt habe ich auch eine Stadtstatt entdeckt. Gerogons Community Server. Ich glaube, wenn ihr Gerogon kennt. Ja, das ist doch der Typ, der Tropico 6 spielt. Oder fünf. Nein. Nicht? Also wenn du damit jetzt eher Snooby meinst, dann... Ah, den habe ich gemeint. Ja, nee, das war's. Wieso sind hier drei Barbaren-Späher? Fuckin' silly! Oh nein. Oh nein. Geh weg. Geh weg. Was? Hilfe, Leute. Gyros hat mir eine Warnung geschickt. Er hat zu mir gesagt, ich soll weniger Gyros essen oder was? Ich dachte, du wolltest ihm den Krieg erklären. Ja, ich weiß nicht. Warte mal, warum hast du da... Mann, warum hast du Diamanten? Legendärer Stamm. War gar nicht, dass ich schon einen Überraschungskrieg erklärt habe. Ich habe auch Diamanten. Nicht einset. Wenn sie sich drum streiten, wer schon Diamanten hat und wenn nicht. Ich habe Steine. Ich will Diamanten haben. Ah nein. Die Gyros schützen. Presslau oder wie da auch immer das Gespräch ausgesprochen wird. Presslau. 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 Dann bist du bei mir in der Nähe. Was? Nein! Nein! Das! Doch, du bist bei mir richtig in der Nähe. Ich bin nur bloß sehr isoliert. Okay. Ich sehe schon, die ersten Konflikte werden entstehen. Ich sehe schon die ersten Konflikte, wenn die ganze die Barbaren-Sperre rumrennen, die Barbaren-Reiter holen und die dann meinen Siedler übernehmen. Das ist natürlich ein bisschen Tilt, ne? Ja, das wäre schon ein bisschen tiltig. Aber Zilli, keine Sorge, mein Scout ist weit gerannt. Das wäre ein bisschen Tobi-mäßig. Ich bin nicht so nah. Was? Du bist kein Sonar. Ich bin kein Sonar. Ja, Mann. Oh, die Idioten greifen mich sogar an. Was sind denn das für Deppen? Weiß ich nicht. Was sind's denn für welche? Ich habe Asuka gefunden. Was? Hast du meinen Speer entdeckt? Ja, Mann. Kongo. Okay, Zilli hat einen Bugenschutz oder einen Slinger besser gesucht. Aber du bist noch ein bisschen weit weg von meinem Haus. Ist ja nur mein Haus. Da kommt das Haus. Ja, Mann. Ich weiß aber sogar, wo Maxi wohnt. Hä? Ich weiß echt, wo du wohnst. Du hast mir doch gezeigt, wo du wohnst. Du wohnst doch da in der... Du wohnst doch gefühlt neben André eigentlich. Nein. Nein. Aber du... Thomas. Ja, Thomas wohnt einen Block nebendran. Ja, das ist ja nebendran. Ja. Da wohnst du aber nicht... Du wohnst doch auch da. Nein. Ich wohne in der Nähe vom Kloster. Das sagt ihm nichts. Ja, das sagt mir nichts. Das ist ein anderer Spieler. Junge, willst du mir sagen, dass da Persien ist? Oh mein Gott. Was ist der Asgard da oben? Bin ihm das totatet? Man, dieser fucking Speer. Der triggert mich. Der triggert mich das Todes. Ich baue mir die Stadt... Ich baue mir jetzt die Stadt da hinten auf. Ja, ich glaube, Loki hat das Gefühl, dass hier ein Geolock entsteht. Oh, 200%. 200%. Nein, nicht. Lol. Wieso ist da... Diese Musik ist so cool. Weil in der Mitte einfach ne riesige Wüste auch ist. Wieso können die eigentlich nicht da rüber schießen auf den scheiß Speer? The heck. Alter, da unten ist ja ein mega guter Spot. Wieso will das, dass ich auf dem Mais deal? Brauche ich eigentlich irgendwas? Oder eine Ressource ab. Oder ein Steinbruch. Wenn ich jetzt ne Stadt auf ne Mais gründe... Ist doch der Mais weg, oder? Dann bauen die den doch ab. Ach, das Schwärmland, shit. Mais ist eh ne Bonus-Ressource. Ich weiß. Also die ist weg. Und dann... Also. Hörig, 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 hörig. Sag mal... Hörhör. Was bringt dir wenigstens das Heureka? Wenn nicht schlecht. Oder ich könnte auf Steinbrot. Alter, dieser Scheiß... Der haut jetzt ab, der dumme Wichs. Und das Heureka. Dieser fucking Speer. Ich verfolge dich schon die ganze Zeit. Und der entkommt immer... Und ist immer eine Reichweite... Zu weit weg von meinen Leuten. Und jetzt geht die nach dem Speer, ne? Ah. Der Speer hat meine Stadt gesehen. Nicht so geil. Okay. Wenn der Zilli sich einen Siedler-Pantheon holt. Ja. Dann rennt sich das sonst nichts. Warte mal. Ich noch, weil du einen durftest. Halt ihn an. Ich glaube, ihn sind Siedler. Halt ihn auf. Kann ich nicht, Leute. Das will ich tun. Ich bin wenigstens ehrlich, ne? Ja. Ich auch. Jetzt kann ich noch deren Willen. Okay. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. So wie sie Gyros drum kümmern. Ich habe echt Persien gefunden. Ja. Ich mache den Bergbau. Scheint nicht so. Alter, und ich bin einfach auch... What? Warum... Oh mein Gott. Ah. Warum bin ich dir begegnet? Wo bist du? Wo bist du? Gute Gegenfrage. Wo bist du? Wo bist du? Das sieht nach so einem Hard-Aids. Ach so, weil du... Junge, Junge. Aska, ich bin einfach... Ich bin einfach gefühlt 10 Felder neben... Ne, nicht 10. Okay, es sind eher 20. Ich bin einfach gefühlt 20 Felder neben die Hauptstadt von Persien. Äh... In welche Richtung? Links oder rechts? Rechts. Oh Gott, dann bist du da hinten. Ja gut, da komme ich nicht hin. Weil da diese... Ich weiß nicht, ob das... Ja genau, weil... Ja genau, von der Stadt, von der Stadt einfach rechts rüber. Ah, okay. Eine ganze Stadt rechts rüber, da bin ich. Oh, ich habe... Spawn wäre ich alles so nahe. Ich habe Auckland gefunden. Ich habe keine Ahnung. Hardcoils. Findet ein Pantheon. Dauert alles so lang. Und ich kann ein Pantheon gründen. Und ich kann ein Pantheon gründen. Wo ist mein Lieblings-Pantheon gründen. Ah. Nice. Ich kann mein Lieblings-Pantheon gründen. Welchen denn? Äh, göttlicher Funke. Was macht der? Ich bekomme... Aus jedem Bezirk bekomme ich einen großen Künstler... Nicht Künstler, sondern einen großen Persönlichkeitspunkt mehr, als der Bezirk eigentlich produzieren würde. Also ich bekomme statt einem dann immer zwei raus. Ich muss sagen, es gibt sehr, sehr wenig Flüsse hier momentan. Ich habe einige gefunden. Also irgendwie gar keine, um ehrlich zu sein. Ich glaube, er wäre nicht schlecht. Oder... Du hast mich jetzt gesehen, weil du den Stadtstart da hast, ne? Ja. Oh, wenn... Wenn Yannick das triggert, weil er den Stadtstart hat. Same. Alter, Persön hat einfach das große Bad gebaut. Oh, da hinten sind Zitrusfrüchte. Mein Speer auf dem großen Bad. Ich hoffe, der schließt nicht seine Grenzen. Dann kann ich da nicht nur durchgehen. Alles kaputt. Ah man, ich plündere. Ich pillage alles. Loll. Wir sind ergreifen. Und dann greifen meine Krieger wahrscheinlich an. Ich will immer noch das Heureka haben für Bogenschützen, aber ich kriege das wahrscheinlich nicht. Ich habe Persön gefunden. Oh mein Gott, der doch. War super. Wo sind dann die anderen zwei KIs? Haben die denn komplett eigenen Kontinent oder was? Ja, wahrscheinlich, Alter. Das wäre halt Mega-Aids. Das wäre ziemlich hart, ey. Da müsste irgendwann einer von uns dann auf Übersee gehen. Oder es bricht einfach Krieg aus. Ja. Also, ich mag meine Position. Richtig, nicht so. Die bereitet mir richtig Kopfschmerzen schon. Ich habe Jereware gefunden. Neu. Wer ist Rot-Blau? Rot-Blau bin ich. Der Asyl. Ja, Mann. Dann bist du da in der Nähe. Der Asylator. Rot-Blau, okay. Dann habe ich dich gefunden. Ich glaube, das war eine Drohung. Glaube ich auch. Hätte ich auch so verstanden. Nee, Griechenland habe ich gefunden. Ja, ich bin Griechenland. So, Phasalos. Ja. Ist das deine Stadt, Phasalos? Ja. Der Salos. Ach, da oben. Ja, Mann. Das ist eigentlich Dommi. Dommi-Stadt. Phasalos. Fucking Dommi, Alter. Echt so? Boah, du bist neben mir. Max, ich habe dich auch gefunden. Oh mein Gott. Ja, wir sind alle gefühlt sehr nah aneinander gekürzt. Ich sehe schon, es wird wahrscheinlich irgendwann zwischen Tobi und... Tobi, mir und Persien wahrscheinlich mal den Krieg geben. Der aus Platzgründen dann entsteht. Hey, ich habe da... Ich habe die Küpte gefunden. Schau mich an. Ja, hallo. Das ist mich gefallen. Ja, moin. Endlich, ich habe ich den Speer gekillt, nachdem er sich eingesperrt hat. Nice. Erstmal acht Runden zurücklaufen. Kommt, meine Krieger. Ich baite die jetzt, indem ich die jetzt einfach aufs offene Gelände stelle. Aber wir sind eigentlich nächstes Zeit, Alter. 10 bis 28 Runden. Boah. Alter, ich habe halt einfach jetzt schon genug Punkte für den Goldnuss. Wuss? Natürlich. Das ist immer so. Warum wundert es mich nicht? Oh, nein. Nicht schon wieder. Es fängt schon wieder an. Was fängt schon wieder an? Die Geräusche. Okay, ich könnte nichts hören. Aber ich komme wahrscheinlich näher. Welche Geräusche? Mongolian Ford singen. Juni? Ich muss mal gucken, wo die Geräusche hingegangen sind. Achso. Miau. Hast du eigentlich jetzt schon runtergescoutet, Zili? M-m. Also, weil das ist einfach eine riesige Wüste. Das ist einfach eine riesige Wüste. Das ist einfach hard useless. Oh, okay. Oder haut das Mikro. Hm? Okay, die Geräusche wollen eher mein Bett für Wüsten. Habe ich so das Gefühl? Loll. Hätte ich das Ding nicht... Hätte ich das... Oh, nein. Jetzt tobt die echt auf meinem Bett rum. Mein armes Bett. Loll. Das Bett. Ja, das hätte ich auch gesagt. Ja, das hätte ich auch gesagt. Ist da oben deine Hauptstadt? Da ist Tobi. Leicht. Ist halt echt echt hier. Ich habe Tobi's Sperger. Ist natürlich sehr gut, dass ich ein Ziff habe, der Flüsse braucht, damit er seine Modernisierung platzieren kann und hier halt nur Flüsse sind, ne? Das sind auch keine. Und an den ganzen anderen Flüssen halt gefühlt schon die ganzen Stadt starken. Der eine oder andere... Ja, das stimmt. Das finde ich auch nicht so wild. Ja, da würden ein paar werden dran glauben müssen. Da ist nochmal einer hinter dem. Ja, ja. Okay. Punkte. Oh, mein Händler ist bald fertig. Woop, woop, woop. Lurus hat mir eine Warnung geschickt. Was ist denn er für eine? Wer hat dir eine geschickt, Tyros? Der Scheiß-Tyros. Der Gyros, Alter. Ja, Mann. Gyros war Gyros. Ich frage mich nur, warum die Barbaren eigentlich nicht meine Kieger angreifen. Same. Die sogar einfach... Das ist ja so gekrasselt. Das ist nicht mein Hügel. Obwohl es wie ein Hügel aussieht. Okay. Das ist halt mega weird. Was? Hast du Mandeln? Ich habe Mandeln, ja. Ich habe Handel und Wandel. Das ist reguliert, ja. Den Mandeln zu haben. Warte mal, kann ich dem Gyros vielleicht die... ...die man verkaufen? Nee, der gibt es Gold. Das braucht sich nicht. Ich muss nicht jemanden kaufen. Was? Ob jemand von euch Diamanten kaufen möchte? Was? Nein. Diamanten. Oh mein Gott! Ich muss sie töten, ich muss sie töten, ich muss sie töten. Ich muss sie töten. Ich muss sie töten. Überbahn. singapur ist in der wüste man muss irgendwie aber es gibt halt auch nicht ich hab wieder internet nur noch 1200 gewohnt aber schützt jetzt müssen sie sich in den wald zurück das war in deiner stadt ich habe das ist ich mag sie kannst deine krieger da mein feld runter ziehen dieser unten stehen in der nähe von meinen schleuderschützen ja das ist mit dem kannst du dir entweder ein feld drüber dienen oder so so in den wald oder einfällt runter ich die müssten meine schalter schützen müssten dann quasi darüber auf das feld gehen können das wäre gar nicht mal so schlecht wenn die jetzt darüber laufen wenn es gar nicht mal so schlecht wäre ja man ich habe gerade ein kleines problem langsam am laufen ich muss ausrüsten das ist etwa ein wettrüsten ja ich muss wettrüsten 60 gold zum bogen schützen das wäre nicht schlecht oder greift jemand in der stadtstadt an maxi bestes an der greift in der stadtstadt an also in den wald ne den greift keiner an das war nur einfach bloß eins runter brauche ich einfach nur eins runter es ist egal wo du es hinziehst das war nur eine überschwemmung hauptsache das feld ist frei zeigt sich doch nicht so kooperativ er wohnt fast neben mir ja das ist doch dein vorteil du meinst für ein überraschungsangriff tobi will krieg anzetteln tobi will immer krieg anzetteln habe ich gehört maxi bitte ja du musst noch erst go machen ich kann doch nichts machen ja dann muss ich überspringen mit denen sperrkämpf die können da nicht angreifen müssen sie jetzt aber heilen ich kann auch ich könnte handwerker kaufen konntest du ja das ist das Schwemmland das ist nicht gut oh es gibt aber Produktion wenn du als allererstes mal einen Handelsweg zum Stadtstaat machst statt zu deiner eigenen Stadt einfach nur weil du da einen Gesandten bekommst und Gold kriegst Handelsweg zur Stadtstaat und Beste ja ich muss ja schnell da rüber ich bin dann überlegen ob ich einen Handelsweg zu Gyros mache mach doch um dann um dann später ja genau eine Kriegsstraße zu haben dann habe ich die Autobahn Brumm Brumm jetzt dann einfach einen Steinbruch bauen Bruchstein ja man ein Cobblestone hast du nicht Bruchstein auf Deutsch ja ich glaube schon mega weird mega wild mega wild ich finde es auch interessant wie dieses Wort wie dieses Wild mit Y irgendwie das neue Jugendwort von 2020 wurde oder fast ja aber man könnte man könnte fast sagen richtig wild oder richtig wild man richtig wild richtig wild oh nice wenn die Beförderung kommt und ich dann den Reiter killen kann das ist das ist wild was nicht ah shit ich habe ja den Dingrat gekauft ah fuck jetzt kann ich meine kann ich die nicht zur Bogenschütze machen ah verflucht sagst du wenn man den Gips modernisiert und erstmal in der nächsten Runde dann einen Hut gibt der Stadt wenn die Stadt auf einmal mehr Nahrung und Produktion hat nur weil du eine Mine gebaut hast erkennt es nicht erkennt nicht die Schafsminen wo muss denn Dings gebaut werden ein Lager muss außerhalb es muss ein Lager bauen ein Lager darf nicht an dein Stadtzentrum angrenzen es muss mindestens ein Feld von deinem Stadtzentrum weg sein schon ja ganz wichtig ah ok das kann ich nicht weil ah ok dann muss mich da einbauen quasi oder ja halt überlebt es mit deinem Leben na meine fünf Kultur nicht die Schleuderschützen aber jetzt zum Bogenschützen machen kann und die dann nicht mehr ins Schwitzen kommen wenn das ein Speer neben denen steht sondern erst ins Schwitzen kommt wenn der Zweifel da weit weg steht oh mein Handy hat nur noch 15% Akkuladung das finde ich interessant oh ich hab ein Zeitepunkt bekommen vor dem Stammesdorf das finde ich Amen. Amen. Oh, der Ding hat in deine Richtung gesiedelt, gell? Aska? Ja, ich sehe es gerade. Den würde ich erstmal krass dem Klären, aber so richtig. Bakhtiari. Der würde ich erstmal los machen. Keine Hemmung. Ja, ne, und scheiß. Lass es dem nicht durchgehen. Sonst macht das wieder und wieder und wieder. Gibt es eigentlich schon eine Religion, ne? Sammelt sich denn jemand von echten Religionen? Nein. Ich kann keine haben. Wieso kannst du keine haben? Weil ich bin Kongo. Ich kann keine haben. LOL. Bei mir ist die Religion, die am stärksten ist, bei mir. Okay. Hey, ich habe Mistabasis entdeckt. Mister, was ist? Du hast Silly entdeckt. Loll, da oben ist deine Stadt. Ah, also da, in der Wüste. Tatsache, ich sehe schon den Verwandlung. Mister, was ist? Mister, was ist, ja. Mann. Mister, was geht? Geht. Was geht ab? Genau, Asuka. Was geht ab? Ich habe Banda Brunei gefunden. Interessant. Ach, nee, das ist Tree. Ah, das ist City Houndmaker. Das ist ein Stadtstaat. Weil hier die Stattstaat. Weil hier die Ding so ger... Weil Nevermind. Wanda Brunei. Zilly, du hast aber ziemlich nah an dem Stadtstaat gesiedelt. In der einen Stadt. Das ist eine Taktik. Das ist eine Taktik. welche stadt ist seine hauptstadt ach du heilige das hat keine bedeutung wer sieben städte hat dessen kontinent ist die hauptstadt drei städte ich hätte das schwemmland also heute Das bringt mir hier mehr Produkt. Das ist eine sehr gute Frage. Oh, nice, wenn da Barban Bogenschützen sind. Und meine eigenen Bogenschützen sind auch Beförderung. Wenn Tobi am Tippen ist. Kommt jemand von euch eigentlich schon Pferde? Ja, Pferde noch nicht an. Ufanto, interessanter Name. Oh, die Mann ist kein Intermetsch. Okay. 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 Ja, Nick, wirst du euch öfters gefragt von irgendwelchen Leuten, warum du euch DHL heißt? Das ist lustig, wie der Schlachtmüter sogar. Wieso heißt du eigentlich DHL? Oh, Mann. Wieso kommen hier eigentlich auf einmal lauter Barbaren her? Ja. Ich glaube, ihr konntet das nicht ganz verstehen, wieso du dich so genannt hast. Über wie viele Felder kann Bogenschütze schießen? Eins. Das schicke ich dir doch ein Stückchen zurück. Dann kommen auf einmal lauter Barbaren zu mir her. Das sind aber nur Krieger. Wie stark ist denn eigentlich der Pericles? Äh, Pericles sag ich schon, der Kyros. Geht schon so. Also Poundmake hat 55, Ägypten hat 45 und Maxi hat 40. Gyros hat 80, ich hab 77, okay. Das coole ist halt, die Barbaren boosten mich halt gerade richtig krass in meiner Kultur. Land einhalten. Ich müsste mir ein Wunder bauen. Oh, Kyros hat mir eine Vereinbarung vorgefragt. Da wird zwölf Pferde von mir und offene Grenzen. Und gibt mir offene Grenzen. Mh, nein. Die offenen Grenzen habe ich doch jetzt schon. Oder etwa nicht. Oder etwa nicht. Leute, was sagt ihr, wenn ich euch sage, ich wäre beinahe fast gegen Barbaren gestorben? Da hätten wir alle herzlichst gelacht. Glaube ich auch. Ach. Na. Können wir bitte neu starten? Hahaha. Hahaha. Jetzt bin ich schon zu spät. Puh, zum Glück können Bogenschützen keine Städte einnehmen. Haha, stimmt. Die können nur bombardieren. Hey, ich hab Eisen, oh mein Gott. Meine Stadt hat literally mit einem Leben überlebt. Also die hatte wirklich ein Leben. Ich hab gerade die Runde davor den letzten Nahkämpfer gekillt. Sonst wäre die jetzt dead. Lol. Ja. Sind die dann so richtig dead eigentlich? Ja, die, ich glaub die eraisen deine Stadt, ja. Also die ist dann dead, dead, dead. So weiß ich was. Okay. Oh, ich könnte ein Handelszentrum. Auf meine Mine ist nicht so. Das ist kein Schwemmland, das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Nehm ich doch. Mähen. Erstmal die leeren Sänge geholt. Toll. Ich hab noch gar keinen von denen. Ich hab alle sogar. Puh. Das war jetzt echt knapp. Die Frage ist schon, auf was geh ich jetzt? Bei denen. Ich weiß, die aktuellen Ereignisse. Ich würde sagen, die aktuellen Ereignisse bestimmen schon welchen Pakt ich nehme. Die Vampir. Ich glaub schon, ja. Ich mach einfach weg nuken, ganz ehrlich. Lol. Hä? Hä? Sicher, dass du mit deinen Nukes das triffst, was du treffen möchtest? Ich meine, deine Hauptstadt kann auch schon mal dazwischen liegen. Hä? 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 Ich habe da noch mal einen suboptimalen Start, hab ich das Gefühl. Lol, der遊戲 ist eben eine suboptimale Start. Dann hab ich halt jetzt die hab ich halt jetzt die 50 Gold bekommen Ich hab ja eher Bange, dass die zwei KIs einfach jeder und Kontinent allein für sich haben und einfach nur hochscalen Das könnte halt auch problematisch sein, ja Das wär schon irgendwie weird Hätt schon was Wenn du selber einen hättest Das wär halt mega Nahrung Kostet mich Ja, 20, 40 Ja Komm, ich baue die Bibliothek Die Leute sollen lernen Die Leute sollen studieren können Das ist das, was wir wollen Ja, Eisenmine Yeah Oh mein Gott Die Eisenmine, Boys Bewässerung Ja gar nicht Das ist die Bewässerung noch nicht Ja, das wundert mich gerade auch Brauche ich einen Bauernhof Ich glaube, ich mache was Besseres Ich kaufe mir einfach das Pferdefels da drüben Ich brauche mir da jetzt ein Ding mit drauf Ein Höflein Ich habe Caguana gefunden Caguana Die sind irgendwo Irgendwo unterhalb von mir Okay Zwei Dings noch Dann gibt's einen neuen Mir fehlen da noch sechs Punkte fürs nächste Das Problem tatsächlich an Gyros ist Der ist jetzt mehr so der Dude, der hier Einfach chillt Ja Nein, der mag es ja selber Überraschungskriege zu führen Herr Tilli Ich gebe dir mal einen Tipp Da unten unterhalb von Banda Brunei Da ist ja dieser Fluss In der Wüste Mhm Und da sind ja so Schafe Und neben diesem Fluss Da wo diese Quelle ist Da ist Eisen Und 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 ein Feld Da sind dann zwei Felder dazwischen Da sind zwei so Hügel dazwischen Und da drüber wäre dann auch nochmal Eisen Warum sagst du ihm wo Eisen ist? Aber wirklich Ja, will das Spiel spannender machen? Ja, Mann Ah, die wollen sich wohl miteinander Nein, nein, Asuka möchte, dass ich da eine Stadt hinbaue Und ihm dann das Eisen gebe Genau Damit er seine Kriegsindustrie hochfahren kann Genau So läuft das Als wenn er sich euch da verbindet Die Kriegsindustrie Ja Damit ich dann Mit Leopatra wohl verbünden, ha? Der eine ist der Lieferant Und der andere Ja, du kannst, wie gesagt Also schick einfach deine Handelsbege durch die Wüste durch Du kriegst auch Nahrung Also du kannst einfach so in die Wüste So eine Stadt pflanzen Das hat mich gewarnt So, hast du? Ich habe nur Oder von mir aus Mach nicht da auch eine hin mal Irgendwie so ein bisschen in die Wüste zumindest Ich könnte mir aber dahin zum auch noch ein Ding holen Ach, der ist um Rekan Aktuelles Zeitalter dunkel Oh, das ist nicht so Aktuelles Zeitalter normal Aktuelles Zeitalter golden Da kommen die großen Sprüche wieder Wie war das beim letzten Wie war das beim letzten Mal Wobei es war bei mir So, oh, haha, groß Goldes Zeitalter Und dann, hm, was kam nach dem Goldes Zeitalter Ich weiß auch nicht, ob ich noch mal dann Das krieg Das wird ein bisschen schwieriger Jetzt baue ich halt gute Distrikte mal Hauptsache meine Meine, äh, Gebäude sehen alle jetzt schöner aus Aber Den Leuten scheint es nicht so gut zu gehen Den Leuten scheint es nicht so gut zu gehen Ja, rückt Das ist natürlich nicht so toll, ne? Nein Meine Stadt muss erstmal wieder heilen Ich fühle mit diesen Leuten Lol Wer mit ihnen fühlt Ähm, aber Tobi Sprechen dir mal wieder ernstere Themen an Hier Ja Was halten Was hältst du Ähm, zu Oder von Diesem aktuellen Pokémon-Hype eigentlich Was? Mit den Karten? Ja Interessiert mich nicht Nicht? Siehst du da keine Gefahr Für einen Yu-Gi-Oh-Hype Der das Ganze Kaputt machen könnte Hallo Weil auf den Hype Konami Nein, 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 nein Das läuft Immer auf das Gleiche hinaus Oh ja, Yu-Gi-Oh, ich kenn das ja Warum steht auf meiner Karte eigentlich ein Literaturaussatz? Und warum brauche ich ein Handbuch, was so dick ist wie eine Enzyklopädie, um zu wissen, wie ich mit den Karten spiele? Hm Ja, das Wieso steht es da nicht mehr drauf? Oh Da steht ja gar kein Text Oh, ach so Oh, ach so Wenn der Effekt so gewollt ist Dann passiert er vor dem nächsten Effekt, der bei der Karte ist Und dann passiert erst der andere Effekt Und dann musst du noch wissen, dass die Effekte in der Reihenfolge passieren Aber dann kann die Karte wieder das machen Ja Super, ne? Ganz toll Oh, die striggern alle in einer ganz seltsamen Reihenfolge Hm Wie, ich muss Strigger beachten, was? Was? Wie, ich brauche eine Lupe, um diese Karte zu entziffern? Ne, ich könnte mir eher vorstellen, dass wenn es schlecht läuft, springt der Hype quasi dann über Und dann machen die halt diese krassen Unboxings mit Yu-Gi-Oh! Karten Weil sie halt hoffen, dass sie da irgendwas Cooles rausziehen, was halt Geld bringt Und Konami springt halt voll mit auf und sich denkt Geil, wir können noch mehr Produkte verkaufen Da kommen wieder noch mehr Ähm Nein, also der Pokémon-Hype, der ist ja nur bei den ganzen alten Boostern Ja, klar Also, weißt du, bei dem was halt Kohle macht Jaja Junge, es sind schon wieder 8 Millionen Barbaren, Mann, das ist richtig tiltend Also ich finde es gar nicht mal... Ich finde es echt nicht schlecht, wenn die Barbaren zu mir rüberkommen Ja, die tilten mich richtig weg Das liegt halt daran, weil die meine Kultur fassern Deine Stadt ist fast zerstört und du hast ein goldenes Zeitalter Ja, ich bin halt, ich weißt du, ich hab halt so richtig on the edge, Mann Living on the edge Living on the edge, ja Alter Danger, Danger Zone, Mann Uff Ich hab gehört, Franka ist da Das ist die dritte Stadt von Persia Da oben zwischen Breslau und Jerevan Ich hab gehört, er will Jerevan bei den Krieg erklären Ja, moin Und dann kommt er zu dir Ich hab gehört, ich muss auch meine Einheiten wieder hochschieben Ich hab auch gehört, ich hab einen guten Spot gefunden Küros hat mir eine Nachricht geschickt Ich hab dir eine Warnung geschickt, oder? Ich brauchst ja das Wett von der Tempel der Artemis In Brand Küros hat mir eine Vereinbarung vorgeschlagen Er will Eisen von mir Nö Ich hab dir kein Eisen gesagt LOL Sauer Dann gibt's ihm kein Eisen Ist nicht nett Ja Nö Nicht nett Hab ich hier noch irgendwo einen Shit, ich hab keinen Bauer, ich hab keinen Arbeiter mehr, scheiße Du musst eigentlich mal nach der Hinten gehen Ähm Max, wie sind deine Grenzen hier Äh, türkis Die sind zu Ja Die sind zu Also sie sind Die sind versperrt für dich Ja, ich hab hier ein Stück von deinen Grenzen gesehen Er, er, er Hallo, er spinnit dich aus Er spinnit dich aus Lass es nicht fangen Ja Ich guck mal, was für die andere Richtung ist Oh, ich seh schon Aber dass du dir nicht gefallen hast Geo-Blocking ist real Geo-Blocking ist real Geo-Blocking ist richtig real Sprechen, dass du dann Flashbacks vom letzten Mal bekommst Dann Wie war das nochmal mit dem PTSD Was? Wo sollte er denn PTSD davon haben? Hey Kyros, mach mich Ich mein Ich mein Ja, wie war das nochmal Von was bekommt man nochmal PTSD? Gefühlt Ist ja auch so ein artes Meme eigentlich Ist PTSD ein Meme? How to end your Twitch career An der Speed 1 Jetzt gibt's doch diese Diese PTSD Memes Wenn du irgendwas tust Was fatale Folgen für dich hat Und PTSD einfach kickt Wenn PTSD einfach kickt, Alter Ja moin Ganz am Anfang, wo ihr darüber gesprochen habt Dachte ich, ihr redet von Betreuungsmitteln In Wirklichkeit reden wir davon eigentlich Achso Dir passiert was ganz Schlechtes Du haust dir erstmal ne Spritze rein Und dann Mmh Kickt richtig Das Scream ist jetzt Haa Hoffentlich Erwachsen Oder? Das ist schon immer Erwachsen Ich kann dir was sagen Entweder nur für Kinder Oder Für Erwachsene Zwischendrin Kennt Twitch nicht Wie wär's Was hol ich mir das eigentlich? Ich könnte auch Pliten holen Ich könnte mir Reiter holen Was dauern aber alles so lang? Äh Boah, wenn's jetzt lange dauern Meinen Leuten geht es schlecht Erstmal Bärenstein holen Erstmal Bärenstein holen Bärenstein Bärenstein Der Bär Das steppt der Bär Oh ja Richtig Brodi muss los Wieso hab ich hier tausend Felder Die irgendwie Das eine Feld Oh Kann überschwemmt werden Das andere Feld Oh Kann Überschwemmt Kann von einem Vulkan Zerstört werden Eigentlichste Feld hat Wälder Aber das ist die einzige Produktionsquelle Hier Das ist damit Damit Aber ich hol mir Handwerker In der Stadt Oh Singapur Holt ich mir Nen Gesandten Oh sch ä der wenn man pcs die nachgoogelt und das sieht posttraumatische flashbacks von dingen die du schon mal getan hast also bei mir jedes mal in der arbeit wenn irgendwie die kisten anfangen zu wackeln kriege ich auch immer traumatische flashbacks bei kriegt dann kriegt bei mir kriegt bei mir heute 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 genauso ich habe sondern ein aufsteller eingefahren war nur auf einem so von dem auf einem teil von meinem hubwagen weil das halt nur daran hingepasst hat und es war so ein ganzer ganze ganze aufsteller mit bier und als der ein bisschen zu stark gewackelt hat da hat pcs die auch richtig krass gekickt ja man immer immer jedes mal dieser moment wo es auch mal passiert ist und dann die eine stapel in die eine richtung und die anderen an meine richtung geflogen sind war auch richtig cool ich habe eine dreiviertel stunde lang nur geputzt ja man auch immer immer oder wenn pcs die kick wenn du siehst dass der war mit seiner mit seiner ameise gegen den regal fährt und das halbe regal abstürzt auch immer geil immer fest momente oder morgen pcs die noch krasser weil wir der inventur haben und ich weiß dass mein chef dann steil geht wenn er sieht dass wir diesen monat an sich nur für 300 euro abgeschrieben haben mit wort auch wieder richtig geil wenn der chef dann erstmal richtig bock hat 300 euro in einem monat in einem monat das ist so wenn du so wenn du halt mal so fünf kisten bier was halt kein mensch trinkt wenn es halt so rum steht oh es läuft den monat ab du reduzierst es sogar schon für die hälfte und kein mensch will es haben da kommt der vertreter so her von denen und ich so ja also das läuft mir jetzt morgen ab und sowas und er so ja okay bestell mal ein bisschen weniger beim nächsten mal und so beim anderen so da laufen mir auch fünf ab ja ich schicke dir mal drei mit als ersatz danke für nichts und das andere die einen fünf kisten die waren halt schon knapp irgendwie 150 euro ich abgeschrieben habe und dann auch leider so kleinkram der auch so abgelaufen ist und so was halt auch von zu zeig was halt auch gar nicht geht zumindest nicht so nicht im sommer es ist halt ein big of moment da musst du dann los oder da muss ich richtig los und da kommt immer kommt mein chef wobei der wird wahrscheinlich na gut daniel hat heute wenigstens noch geputzt da gibt wenigstens nicht den moment in dem er sagen kann die heute überhaupt irgendwas getan da kippt ist sie dann auch immer krass wenn er mal reinkommt so tun sie haben sie heute überhaupt etwas gemacht tun sie überhaupt hier überhaupt irgendwas kann man essen ich tue ich tue immer was ich bin nicht so wie kevin ich hab ne diamanten industrie leute der mich für sachen blamend für die ich nichts kann ja man alter kevin ist auch so ein big of dude krieg ich da oder krieg ich bloß drei nice was ist das was wir wollen kann ich eigentlich sehen bei wem büros ist er ist bei den leeren sänger den wahren und geschickt ok büros eine stärke ist unterhalb von meiner 10 10 kampfkraft weniger da könnte ich trotzdem da sehen wir doch mal was hier ich brauche bloß ich brauche bloß ich brauche bloß dingens hier schwärtskämpfer dann geht das steil aber erstmal in der agropolis bauen muss aber jetzt auch echt mal noch mal irgendwo eine neue stadt hinsetzen hat das schon so einen punk diese kostet mich ein speer 120 wo ist eigentlich mein speer oh der chillt da oben bei den diamanten und beim bisuf alter diese industrie was gibt es in der industrie voll ertrag für jeweiligen standort jetzt würde ich schon sagen zilli hat eine stadt gegründet aber was du mit mit swenet ja gut danke ruby habe ich gehört weil du ein speer eingesperrt hast tja tja dann aska da musst du dir musst du mir wohl gold geben dafür dass ich offene grenzen anbiete ich mag es wie er lacht weil er denkt dass es ein spaß war hat wenn tu mich angebot und nachfragen gerade berechnet hat wie wichtig ist dir denn speer wie wichtig ist in der stadt Seht einer, warum Ella? Alle sitzen so im Pokertisch und halten so eine Knarre unterm Tisch. Und dann ist so, ja, einen guckt nur so rüber und der andere lacht so. Ja, moin. Ja, moin. Übrigens, Robi, ich hab dir eine Vereinbarung geschickt. Hast du. Schick mir wenigstens einen Handelsweg oder so einen Scheiß. Uff. Ein Handelsweg. Oh, Borschi hat mir meine Vereinbarung eingenommen. Das finde ich sehr nobel von dir. Wenn mein Ding wieder verfügbar ist, mein Händler dann... Hintergedanke. Oder? Ja. Irgendwie hat Stonehenge gebaut, Leute. Euer Händler hat ein Gericht aufgeschnappt. Aha. Aha. 건er. Ja. Und ich habe... ich brauche einen gouverneurtitel ich habe antanaripu gefunden deswegen wahrscheinlich ausbildung also kyros ist halt wesentlich weiter ist ich in oder allgemein kultur mäßig weiter ist ich bin weiter als er bei mir wirst du auch bei mir wirst du kultur mäßig auf der selben stufe wie city maxi aber ich kann mir auch vorstellen da wird wahrscheinlich nur in eine richtung gehen ich meine kultur fängt jetzt dann langsam erst mal an zu kicken was was hol ich mir denn da eine wasser produktion fucking silly ey gehst du so hardcore auf wissenschaftler warum da hab ich schon zwei campusbezirke hast weil ich hab auch zwei campusbezirke weil wenn er wissens macht hast du schon einen wissenschaftler asko ja klar den habe ich gerade geholt alter der kriegt einfach vier punkte wenn er die karte auch noch drin hat welche karte ich habe keine karte drin für den wissenschaftler achso du hast überall schon bibliotheken ich habe nur eine bibliothek in einem der baut mir eine bibliothek achso ja und du kriegst ja durch deinen dings plus einen punkt achso deswegen kriegst du vier ach was hau ich denn da noch rein komm ich mach die produktion für sie ja wir haben gold in der hauptstadt ich glaube das kann ich rausschmeißen handelswege gesamten schicken was gibt man das in fabriken ey das ist aktuell uninteressant die fabrik die tour hauptstadt und am vieh theater das mach ich wie ich halt nur bis zu fucking kyros den handelsweg hauen kann und nicht zu tobi mich doch verarschen ja man dann schicke ich nach dann schicke ich jetzt nach sparta einen kriegen die da wenigstens bisschen nahrung raus da und dann w wow wenn sie die 13,4 wissenschaft sie kommen und so wie 13 und kürzer 8,6 ihr bekommt aber 13 kultur wobei ich bekomme 18 irgendjemand ist ganz vorne, der nicht ich ist oder niemand den ich kenne so würde ich sagen wie der halt einfach mal überall, der hat bloß hier unten in Bakhtiari einen Lagerbezirk gebaut wo die aufkommende Invasion abhalten und meine Stadt wird überschwemmt und es hat niemanden getötet, immerhin ist doch gut ja, immerhin sind vier Leute da oh, der Händler von Maxi finde ich sehr nett von dir, dass du einen Handelsweg zu mir hast ja sehr vorbildlich von dir kommt der Handelsweg wer ist eigentlich bei Herrschaft ganz vorne sag mal Janek, warum hast du so viele Einheiten? gleich jeder hat eine Grenze aber ich glaube, Janek will wahrscheinlich hier die Stadt starten ach so, Stadt starten, ich glaube ich könnte es mir vorstellen ja, nee, der Handelsweg gekostet dies kann ich mir nicht leisten Mann die haben minus A die haben minus 1 an nämlich das erklärt dann alles gegen Banda Brunei, Alter ich glaube, ich glaube Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann kommt der Krieg. Nee, Schutzgeld. Schutzgeld. Ja man, Schutzgeld-Erpressung. Ich bin ehrlich, ich habe irgendwie richtig wenig Luxus-Ressourcen. Ich auch. Also ich habe zwei. Es gibt noch eine dritte. Also irgendwie so legendär ist der Start jetzt auch nicht, um nicht zu sein. Besser als vorher war, oder? Ja, besser als vorher schon, aber... Aber das ist nicht gut. Aber nicht der legendär ist der Start natürlich. Nee, das ist nur so mittel. Ich habe schon besser. Ich habe nur ein Kontinent entdeckt. Also dafür, dass ich aktuell noch auf drei Städten bin. Terra Australis. Ich meine, das ist auch irgendwie eine komische Karte, um ehrlich zu sein. Ja, tatsächlich. Die Karte ist nicht so. Wenn wir alle so auf einem großen Flex sind. Ja, das ist... Der Fraktal-Splitter wäre, glaube ich, mal besser gewesen, weil das normale Fraktal ist halt zwar sehr zufällig, natürlich, aber... Ja, wir sind halt sehr nah nebeneinander, ja. Wir sind alle aufeinander, das ist halt das andere Problem. Wie kommt da noch mein Ding durch? Zilli, warum ist da ein Schiff? Meine Belagerungsflotte, meinst du? Klar, Belagerungsflotte. Hey, ich habe eine Stadtstätte gefunden. Okay, da drüben ist ein irgendein bekanntes Spiel. Und ein Kubernetes. Was kann ich hier? Eine... Oh. Meine Handelsweg ist fertig. Ich habe deinen Städt eigentlich immer noch nicht entdeckt. Nehmen wir mal eine Delegation an. Boxen die auch an. Ich habe nichts bekommen. Ach, muss ich was gekriegt haben? Ne. Doch, ich habe die geschickt. Deckt die Delegation nicht die Hauptstadt auf? Das ist natürlich RIP. Also, ich sehe nicht, dass da mir was geschickt ist. Wie er müsste es, glaube ich, meist annehmen. Ich decke das nicht auf. Wenn ich erstmal Schwertkämpfe habe. Willst du nicht mit mir handeln, Zilli? Hm? Ich habe es da angenommen. Frag ich, wie ich graf ist meine Stärke? Oh, jetzt habe ich 152 Stärke. Ach, die haben einfach zwei Einheiten geboostet wurden. Schick mal so ein Scout-Ding hier rüber. Mal auf dich jetzt eine Delegation an und auf jeden Fall. Fünf Runden bis Ausdehnung hatte ich da. Musik hier finde ich auch interessant gerade. Ah, den kann ich da gar nicht runterschicken. Finde ich schlecht, wenn der auf ein paar Banditen auf ein paar Baban trifft. Null. Elefanten. Was, Elefanten? Trö. Oh, Persiensiedler. Was denn für Siedler? Der normale Siedler, da muss ich jetzt mit Einheiten den Weg versperren, damit er da nicht vorbeikann. Lol. Wenn der da runterkommt und der versucht an mir vorbeizukehren, ich erkläre ihn den Krieg. Ich habe Sulu getroffen, Alter. Ja, moin. Wo? Der ist irgendwo da im Norden. Ah, der ist hier links. Der ist links von Sansibar. Der ist über Maxi. Ich sehe es. Oh, ich kann meine Krieger nächste Runde auf. Was ist der nicht eigentlich unterhalt? Nö. Toll. Das ist 5a Kampfstärke gegen Kavallerieabwehreinheiten. Oh, das wird sich gut. Wie hält der sich eigentlich, wenn der angreift? Doch Barbaren, die... ...ungekommen sind. Komm, ich schicke den jetzt mal hoch. Können die den... ...wenn die eventuell angreifen. Kann ich dem Schocker... Oh ja, dem kann ich jemanden... Ja, moin. Danke, wa. Zitrusfrucht auch. So, was ab. Ich habe erst mal den... Apois. ...denk ja auch ausgenommen. Chaka! Krakataua. 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 Das Jade. Ah, jetzt, ich habe mein Versprechen gehalten, das heißt, ich darf jetzt wieder nehmen, wie ich sie dann bestehe. Rika für Schienen. Was ist denn das nächste Zeitalter? In 16 bis 36 Runden. Okay. Dann lohnt es sich jetzt doch noch eins zu machen. Oh, da bin ich so zeren in Auckland. Schon. Mach du das meistens. Oh Leute, in drei Runden habe ich meine Religion. Toll. Oh mein Gott, das ist mir grad gar nicht aufgefallen. Da ist ja noch mal die Stadt vom Perser, Alter. Susa. Ja. Okay. Ich finde, ich habe jetzt schon ein bisschen weird, wie ihr die Zahl macht. Okay, er konnte ja nicht runtergehen, weil da meine Einheiten stehen. Loll. Ich muss aber meine Einheiten da von dem Vulkan mal wegnehmen. Ist der Perser etwa gegeologgt? Hm. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ein wenig. Ich weiß nicht, ob das den provoziert, wenn ich meinen Vampir an die Grenzen stelle. Nein. Nein, nein, nein. Warum soll das denn auch? Was der aktuell? Ne, der hat nur 120. Ich habe einen, der hat auch recht. Ich habe aber nur fünf Einheiten. Ich habe nur eine Stadt stattgefunden. Wer? Wer? Der Yannick. Was? Oh, ich sehe schon. Weltkongress. Janik, wieso tust du das? Ja, meine Stadt statt hat doch bestimmt nichts getan. Ähm. Kann es sein, dass sie den Siedler geklaut hat? Ja. Kann es sein, dass sie den Siedler geklaut hat? Kann es sein, dass sie den Siedler geklaut hat? Ja, ich weiß. Kannst du dir den wiederholen? Ja, warum? Okay, weil nicht, dass ich den klaue und dann nötig, äh, Zwietracht entsteht, weißt du? Der sich dann aufhängt. Mein Dude ist da halt gerade auf dem Weg, der ist da halt echt kurz vor dir. Er ist on his way. Genau, konnte mich verfolgen. Tobi, wo der genau ist. Wo der genau ist? Der ist da unten auf dem Stabfeld. Ja okay, gut, dann kann Ding da, hol ich mir gleich. Lustig ist halt, ich glaube ich bin der Einzige der, wobei Max hat Yannick wahrscheinlich auch noch nicht gefunden, oder? Nee. Ja okay. Willi, hast du eigentlich Yannick gefunden? Ich glaube schon, oder? Ja. Maxi, warum sind euch deine Krieger da unten bei Auklein? Die squirten. Was, die squirten? Ach nein. Lass auf. Das wäre sehr seltsame, du squirten die Krieger hättest. Warum wäre das seltsam? Hm. Weil wenn sie da unten im... Ich glaube es wäre da ein bisschen kalt, wenn die da unten im Eis anfangen zu squirten, aber... Oh Leute. Kulturen. Kulturen. Was hat... Hat Johnny jemand ne Religion? Ich hab gleich eine. Vergründet grad einer, glaub ich eine. Wer ist eigentlich bei Wissenschaft aktuell ganz vorne? Wo? Ja bei Wissenschaft, wenn ihr da... Jetzt hast du eine Religion. Schocka. Echt Schocka? Wie viel kriegt der? 34,1. Geil. Ja Mist. Geil. Wenn er mehr bekommt als ich. Ich würde schon sagen, wenn er weniger bekommt als ich. Geht das wieder? Gehen tut das schon. Ich bin aktuell von allen Leuten, die ich kenne, bin ich wissenschaftlich am vordersten. Wenn ich in drei Runden aus dem Fall bin. Astronomischen... Oder? Ja. Astronomische Navigation. Wenn er Häfen hat. Ich brauche ja... Ich hab eigentlich keine Hafenstätte, aber... Wobei Athen könnte eine Hafenstadt werden. Tatsächlich. Das ist sogar ein ganz guten Hafen eigentlich in Athen. Ja. Ich weiß schon. Nein, ich... Ich hab nur die Handfelder. Takke. Wo ich mir dann ne Außen... Ne, aber... Amphitheater ist da besser. Konnten die dir den überhaupt klauen? Konnten die dir den überhaupt klauen? bauen wird auch ja immer überschwemmt wird damit damit lava überschwemmt wird er will das kanada kommt kanada auf einmal her der willfried der ist bei den lernsängern die lehrt keine game gesellschaft alles sind bei den lernsängern kann jemand von euch schon eine allianz machen immer die freundschaft an hast du schon allianzen erforscht keine ahnung willfried hat mir eine warnung geschickt nimmst du denn sie letzte mal er sendet mich als zeichen des bösen ich baue da gerade eine einheit die ist nächste runde fertig glaubt mich nur warum alter orkland hat so viel an der gute oder ein handwerker aber die haben so viele krieger so 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 das war ein speer da wegziehen in diesem feld und damit vereinbarung will natürlich 23 diplomatische punkte von mir 20 eisen machst du das jetzt gucke ich mal ob ich den aus ich habe natürlich kein luxus was ich geben kann weil ich alles einmal haben er gibt mir für ein paar pferde will er mir ein gold geben aber ich kann ihm acht pferde geben sieht mit eisen aus 30 runden acht gold ich bin mit 24 eisen ein unbekanntes spiel hat machu picchu abgebaut schon lange kultur was ägypten ist in führung wo geht denn dein großer wissenschaftler kannst du bitte vom campus runter gehen ich will nur dein zeug ich will nur dein zeug plündern ich will eigentlich irgendwann mal eine handelsrunde senden aber ich muss erstmal einen handelsbezirk dafür bauen und wundere dich nicht ich hatte nur nichts anderes zum okay also wenn du den stadt statt jetzt kriegst dann haben wir problem janik dann haben wir ein problem dann haben wir ein scheiß problem okay dann können wir gerne kriegst dann gegeneinander in welchem stadt da drehen wir eigentlich zwei schon rechts platt gemacht also zilli wir müssen jetzt mal was machen der macht hier unserem kontinenten alle stadt kaputt schau mal aus schau mal auf militärrang ah ja da geht es weiter hinten ach ja stimmt mach doch mach doch okay tupi bä 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 bündnis was brauche ich bündnis ist brauche ich dein bündnis sag mal wie viel militärische stärke hat der eigentlich doch wenn er den stadt statt erobert alter hat er noch mehr das snowboard hier war wirklich gravierend ja ich sag ähm also jeder kann sich mit mir verbünden von den spielern im moment noch im moment im moment also wer sich jetzt ne wer jetzt ehre beweist und welchen stadt aber wer mich jetzt blöd anmacht ne der ist halt dann welchen stadt statt greift janik denn jetzt als nächstes überhaupt an na wem wohl den letzten den ich sehe ich hab keine ahnung welchen stadt statt du als letztes siehst ich meine toby welchen stadt der wille denn angreifen da wo mein tut drin ist ayutataya das ist so ein hüller ding er ist schon tot also müsste gar nichts machen ja das einzige was ich bei ihm sehen kann ist halt Antananarivo aber die sind da Antananarivo das sind die einzigen die ich so wirklich sehen kann was halt da unten drüben bei toby ist oder was aber keine hafenstadt ist dann schade eigentlich kann ich den koloss gar nicht bauen flavor mäßig hätte das jetzt echt gut gepasst und noch das letzte kultur mäßig forschen wirst du aber auch mal mit irgendwas krieg führen wieso spawnen hier eigentlich wieso spawnen hier keine barbaren mehr hm so halt ich würde halt echt gern gegen ein paar barbaren wieder kämpfen weil die geben mir dann kultur ah ja und dann kann ich mal mein vampir aufleveln toby ich glaube wir brauchen eine autobahn eine autobahn ja ich habe leider gerade keinen freien händler ja wobei wenn eine schadstadt killt dann habe ich einen händler freien also doch soll ich ihm jetzt doch ne so ist du nicht aber du machst das eh also es ist egal was ich sagen da hast du recht 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 ja kann ich eigentlich schon Wegewerke holen ich kann recht geben ja wo geht eigentlich dein zieler im city ja nur unten so ja da wie gesagt das aber nur eine wüste ne nein nein ich 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 bin das drei felder und dann baue ich meine stadt und wieder bin ich absolut ah da zu dem fährt oder wie ja ja hey dann haben wir zwei städte die nebeneinander sind ich habe ja nämlich in die wüste eine reingemacht ich wollte zuerst sagen wo der stadt statt geht aber die hätte ich nicht halten können weil die ne stadt statt gekillt hat und dann hätte ich das von der loyalität her nicht halten da würde ich nicht hoch werden wer da auch immer noch ist was sein speer da wenn der da rüber geht ja worum ich weiß schon links ja das sind ein paar baban ah ok was ich hab baban gehört ah ah mhm oh cool Was denn? Oh, ich kann ein goldes Zeitalter bekommen. Ich habe erst mal drei Heurekas gekriegt. Was heißt denn, du kannst eins bekommen? Hast du eins, oder was, nächstes Mal? Bussbau, Burgen und Stützpfeiler. Ja, also ich habe jetzt 49 Punkte. Ich habe mich jetzt mit vier Punkten in einer Runde geboostet. So, ich brauche halt einfach 67. Du bist ja in einem goldenen Zeitalter. Da ist er ein bisschen schwieriger. Du hast ja auch mehr Möglichkeiten, Punkte zu bekommen. Nee, das ist nicht so. Nicht? In einem normalen hast du die... Oder hast du in einem dunklen sogar die meisten, ich weiß es nicht. Also du hast auf jeden Fall nicht die meisten... In einem dunklen brauchst du am wenigsten, um rauszukommen. Aber die Chance halt wiederum, welche zu bekommen, ist halt so... Du musst halt immer gucken, dass du die Heurekas holst und so. Wenn ich sehe... Ja, ja, durch die Heurekas hast du halt die Chance, dass du fliehst. Wenn ich sehe, dass bei Parzalos... Nein, ich will auch nicht erst Dings haben. Ach, verdammt, jetzt muss ich da alle reinschicken, dann sind die meine Dinger, dann kann ich dir die anzeifen, oder? Was? Meinst du, du hast jetzt als Vassal? Ja, das wäre richtig Big Brain Move gewesen. Ja, das wäre richtig Big Brain Move gewesen. Das ist dieser andere Big Brain Move, oder? Ja, der andere Big Brain Move. Dann wäre ich aber losgegangen. Dann ist Fenster aufgemacht und dann... Bruder muss los. Bruder muss los. Ciao, Leben. Ist auch gut, wie Maxi hier mit seinem Sperr, mein Sperr hier irgendwie einsperrt. Andersrum. Ja, mein Sperr kann hier nirgendwo mehr hinlaufen, gefühlt. Der hat drei Bewegungspunkte. Schau mal, mein Sperr ist da am Eck. Ja, dein Sperr war zuerst auf dem Wald und ist dann da ins Eck gelaufen. Ich habe keine Ahnung, warum. Jetzt ist mein Sperr sofort wieder frei. Ich kann mich jetzt nicht die Runde wieder bewegen. Ich muss mich jetzt auf Janik... Ich will ja eigentlich nach da oben gehen. Warum denn? Zu dem Wald, weil ich da noch nichts sehen kann. Mann, er wird bezahlt dafür, dass er sperrt. Das ist ja ein Sperr, darum Sperr immer. Oh nein. Jetzt kommt Kanada, mit dem Katholizisten. Fucking Kanada. Oh nein. Doch. Ist der eigentlich auf irgendwo auf Platz 1? Oh ja, Religionssieg. Scheiße auf Religionssieg, Alter. Das ist eine Stadt von dir neben Mama. Was? Von mir? Nö. Die drei. Deinen Hafen hinbau. Da oben. Boah. Da brauche ich deinen Hafen hin. Hin. Ich hoffe, das Ding ist endlich bald mal fertig. Kann ich mir neue Handwerke holen? Und die schicke ich dann runter nach Odors. Wie können die die zwei Eisenminen holen? Und schon wieder ist der Stadt, Stadt dort. Also Janik, ich glaube, du stellst hier langsam einen Rekord auf. Hast du schon irgendeinen Erfolg bekommen, weil du Stadtstaaten in einem Zug, äh, in einer, oder in einem Lauf getötet hast? Äh, warum sollte ich deinen Erfolg bekommen? Ich würde mir vorstellen, dass du einen Erfolg bekommst, wenn du da mehrere Stadtstaaten nacheinander auslöscht. Ich würde mir vorstellen, dass du einen Erfolg bekommst. Was macht der denn da oben? Naja. Dann muss ich wohl hochlaufen, ne? Was? Nein. Warum solltest du? Das hat er nicht mit Absicht gemacht. Seh ich. Um was geht's gerade? Seh ich. Das sehe ich, dass da jemand Krieg haben will. Gegen mich. Oh mein Gott. Ich glaube, das geht in die ganz falsche Richtung gerade. Na, das geht gerade in die falsche Richtung. Das stimmt. Hat er nicht ganz unrecht. Okay. Maxi. Muss ich die Stadt erobern oder gibst du mir die so? Also, du kannst sie mir auch übergeben, ne? Dann müssen wir kein Krieg führen, aber... Oh mein Gott. Wer ist der härteste? Die härteste Drohung überhaupt. Kannst du mir auch geben. Wenn du mir sie mir schenkst, dann alles gut. Wenn nicht, dann halt... Das sind so diese... Das sind so diese zwei anderen Möglichkeiten, so. Entweder du schenkst sie mir oder ich erober sie. Oh mein Gott. Ja, moin. Na? Wie sieht's aus? Oh mein Gott. Mann, ich muss Janik treffen, Alter. Das wäre so... Du kannst sie mir noch gar nicht geben. Ja, sie ist zu niedrig. Ne, das geht nicht. Die ist zu frisch. Ja. Schade. Also, lass ihn erst mal. Ne, muss ich sie doch erobern, leider. Was? Nein. Maxi, ich finde es interessant, wie ich bei dir da so eine ganze durchgezogene Linie sehe. Ey, was? Überhalb von den Bergen. So eine ganze Grenzlinie. Komplett durchgezogen. Ne, ist dann schon hier so... Isoliert. Du bist doch die Kree. Das Kree-Imperium. Das Kree-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He. Ja, Mann. Ja, Mann, die Kree, Mann. Ist nichts, was würden die Kree heißen. Nein, die heißen Kree. Ja. Es wurde gerade so festgelegt. Die heißen Kree. Nein, die sind so eben eingedeutscht worden. Das verstehst du nicht. Ja. Ich spreche leider keinen Allmann, sorry. Ja, siehst du, das ist das Problem. Diplomatische Delegation. Ich finde es sehr schön, dass du den diplomatischen Weg wählen möchtest und nicht den Krieger. Oh mein Gott. Du hast ja keine Stadt direkt neben mir gegründet, ne? Also... Das war mal ein Stadtstaat. Das war mal ein Stadtstaat. Mal. Deine Stadt. Es war mal. Es war mal. Moment, was? Das sind doch die unterschiede. Ja, dann muss ich ja natürlich militärische Schritte einleiten, ne? Er war gegen alle Krieg. Wenn, 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 wenn alle... Beruhig dich, hier passiert gar nichts. Nein, nein. Beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich, Bruder. Ja, beruhig dich, Bruder. Ich bild mal Galerien aus. Galerien. Ich will nur die Stadt, also, ne? Vielleicht lernen die was daraus. Egal, Leon. Oder wird was erscheißen. Äh, das war ein Witz? Was? Also, wie gesagt. Du weißt es ja jetzt, ne? Äh, übrigens, Maxi, was ich dich mal fragen wollte. Ja? Wie ich einen Instagram-Post, die du da ab und zu machst. Ja. Wie viele Seiten schreibst du da immer am Tag? Äh, ich hab jetzt 70. Okay. Aber pro Tag schreib ich nicht, also, nicht jeden Tag schreib ich was. Boah, ich sagen muss, ich finde es immer sehr interessant, wenn ich das mir immer angucke. Okay. Ich verstehe die, ich verstehe halt, aber ich verstehe halt gar nichts davon. Was genau da... Aber wie kommt das zustande? Oder schreibst du dann einfach so? Ich schreib das einfach so. Okay. 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 Und wenn Tobi wieder hier wahrscheinlich... Ich such, ich such, ich such gerade hier... Secret... Secret Nachrichten für Anzili Schreppel, wirklich. Wir wollen sie aufrüsten, die Kleinen. Ich seh's doch. Ich seh's doch, wie sie aufrüsten wollen. Ich hab nur Angst, Mann. Ja, ich... Ich tüte dich. Wir sind im Krieg auf dem Kontinent. Wir sind im Krieg auf dem Kontinent. Ich tüte dich. Wenn man nicht einfach geoblockt, ja... Wir haben dich nicht geoblockt. Ja. Ich tüte dich. Also, ne? Hä? Ja, wir haben dich wirklich nicht geoblockt, Mann. Ja, nein, aber ich will halt die Stadt da haben. Ja, nein. Hm. Vielleicht. Das ist jetzt nichts Persönliches. Maybe. Maybe. Ja, mit Dings kann ich mich sogar anfreunden mit Ägypten, aber... Aber die Kree in mir. Die anderen da oben. Die sind... Die sind... Die sind... Die sind Schmutz. Wie's dir so geht, ja? Was passiert eigentlich, wenn ich dann einen Handelsweg hinschicke und dann die Stadt dem Besitzer wechselt? Nix. Was soll da passieren? Du bist bisher neutral. Man. Komm. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Oh, hey, ich kann ein Aquädukt bauen. Ich bin aber überlegen, ob ich hier nicht ein Lager hinbauen soll. Richtung Gyros. Lager. Ja, Richtung Gyros. Das wäre eine Pflicht schlau, ne? Ja. Wäre keine schlechte Idee. Wollte der doch rüberkommen? Bin aber überlegen, ob ich nicht Jerewan holen soll. Wie viele Gesandten habe ich da jetzt eigentlich in Orgeland drin? Vier. Räs von Jerewan. Oh, Maxi. Okay. Maxi, auf was gehst du eigentlich? Weiß ich nicht. Was? Produktion wählen. Also ich hoffe jetzt mal nicht, dass einer von euch die große Bibliothek gebaut hat. Warum nicht? Weil ich die gerade gebaut habe. Achso. Warum liegst du da? Achso. Jetzt verstehe ich's. Hm? Ich glaube, jemand sollte es fliegen. Was? Das wäre... Hat er meine... Was? Du greifst meine Pferde an? Was soll denn das? Wer greift deine Pferde an? Er greift meine Pferde an. Was? Wer zillie oder was? Tja? Was? Zillie, was? Erklären Sie sich bitte. Lol. Wieso krieg ich ja jetzt... Wieso krieg ich drei Touristen? Da wird der Rat zusammengerufen. Der kommt bald. Bald kommt... Bald kommt der Weltkongress. Oder müssen sich da erstmal alle gefunden haben. Wobei... Wobei ich glaube eigentlich nicht. Ab einem gewissen Punkt gibt's einen Weltkongress. Hätte diese Oliven niemals bekommen. Oliven? Mhm. Damit. Ich will die Oliven nie kriegen. Die rebelliert einfach. Welche? Die Stadt da. Ich will meinen Krieger nur weg da... Wegziehen da. Ich glaube, der hat Angst. Der hat Angst. Der will fliehen. Der hat Angst. Ich glaube, Janik lässt hier nicht fliehen. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Der wird... Achso. Der hat... Der hat... Der hat vorhin mal... Ziele seine Stadt ausgescoult. Also die da oben. Wie war das mit Steinen, Tobi? Steine kann ich ja eigentlich mehr weghauen, oder? Ziemlich, ja. Was soll ich immer alle deine Bonus-Ressourcen weg, oder? Ich will drauf an welche. Weizen? Weizen? Schon auch. Okay. Äh, Mais? Nee, Mais meistens nicht. Staudamm. Geil. Den brauche ich. Also, wie sieht's aus? Muss ich jetzt rüberlaufen mit meiner Armee und dich beobern komplett, oder? Bist du Frieden? Wie geht es denn an Silly, oder? Was macht... Was macht... Was machst du denn bitte? Das war ganz ehrlich, Silly. Wer hat mir den Krieg erklärt. Schon, gell? Ja, aber... Wie gesagt, also... Muss ich dich... Ah, meine... Meine Ding ist zurückgekommen. Also, das ist echt so, dass die dann einfach zurückgehen. Also, wie willst du's machen? Soll ich rüberlaufen? Wie willst du's haben? Okay. Dann tauf ich rüber. Und du was. Ja, ja, ja. 12 Stunden Stream, Alter. Ja, Mann. Ich finde es immer interessant, wie... Wie krass die Zahlen immer bei Frauen immer durchgehen. Ich bin ja zufällig auf eine gestoßen. Die hatte da mal vor ein paar... Ich glaube, vor eineinhalb Wochen oder so, oder zwei. Hatte die so... Ich weiß, ich glaube, so 200 Follows. Jetzt hat die in der ganzen Zeit... Ähm... Wie viel hatten die jetzt? Jetzt hat die 936 Follows. Ja, wo denn? Insta. Nicht auf Insta, sondern auf Twitch. Achso. Ja, was macht die denn auf Twitch? Nicht wirklich viel. Die spielt ab und zu irgendwelche Games. Und macht halt Just... Und macht halt Just Chatting. Gut, das liegt im Auge des Betrachters. Die ist halt... Just Chatting. Aber gut, ich denke mal, das ist halt auch das Ding, was es halt ausmacht. Weil... Da muss ich jetzt wirklich da hochlaufen, ja? Ich habe Schiffsbau. Deine Stadt rebelliert schon wieder. Ja, da stelle ich gleich irgendjemanden... Einen Dulli rein und dann passt es. Achso, ja dann. Am Anfang passt es aber nicht so ganz. Können wir mal weitermachen jetzt hier? Ja, ich... Entschuldigung, ich bin gerade im Krieg. Aus Erfahrung... Kann ich nicht eigentlich die Gipsindustrie machen? Gipsindustrie? Oh man. So, wie viel Gips habe ich denn? Ich glaube, ich habe nur einen Gips. Gips mir, Gips. Gips mir, Gips. Der Gips. Sehr gut, der alte Gips. Mr. Gips mir. Ist echt über... Überhalb von... Von Dreslau eigentlich irgendwas, Maxi? Ja, Tobi ist da. Hallo. Warte, was? Was für da oben eine Stadt? Da ist zumindest so eine Grenze. Das Hansi-Bau. Ich habe meine Freundschafts-Erklärung angenommen. Nach sowas. Gips. Weiße Entscheidung. Also meine, 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 du stehen da nur, weil ich Angst habe. Nein, 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 ist alles okay. Ist okay. Okay. Gips. Was hast du erwartet? Die Grenzverteidigung. Nun ja. Nun ja, was? Leute führen nicht gerne Krieg, weißt du, und die wollen eigentlich sowas gar nicht, aber... Was kann ich jetzt mit so einem Dude machen? Ich führe auch nicht gerne Krieg. Ja, ja, ich auch nicht. Persönlichkeit. Was kann ich mit dem machen? Das ist ja schön. Oh, was ist das für einer? Die können gerne zusammenarbeiten. Falls du mal irgendwie einen Krieger klären willst und Hilfe brauchst, ne? Das meinte ich. Mhm. Also, wenn du, zum Beispiel, was erobern willst. Also, die Situation spitzt sich zu. Ja, Maxi, was hast denn du für einen bekommen? Der heißt Kou Yuan. Der ist ein Schriftsteller. Ja. Aber ich weiß nicht, wohin mit dem. Ah. Doch, ich weiß jetzt, wohin. Glaube ich. Großer Musiker. Da, wo es weiß ist, oder? Äh. Weißes Pelt. Genau. Die leuchtet, das leuchtet weiß dann, wo du den draufstellen kannst, um den zu aktivieren. Hm, 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 hm. Man kann aber nicht sehen, welcher da als nächstes kommt, oder? Wie lang geht denn eigentlich noch die Dinge? Zehn bis siebzehn Runden. Die geht ja ewig. Ich gebe jetzt schon 53 Punkte. Ich bin fast aus dem dunklen Zeitalter draußen. Ah. Okay. Robi, du hast einen großen Schriftsteller. Irgendwo werde ich angegriffen. Ich weiß, dass ich einen großen Schriftsteller habe. Da werde ich angegriffen. Ah. Und ich weiß, dass er auch nicht besser ist, als der, den ich mir gerade geholt habe. Ist ja echt unverschämt, dass er da meine Leute abschießt. Ich zeige die Fischsteller heute ab. Vielleicht gehe ich mal da hin und mache das Berbahnhof kaputt. Das wäre keine schlechte Idee, Maxi. Das ist schon seit Anfang des GameStar, aber das ist am Seegebiet. Gut. 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 Ja, das muss ich auf die hier. So, das ist gar nicht, Tobi. Hm? Das ist das Zulu-Land. Zulu. Ja. Der hat einen großen General. Sehr gut. Der hat einen großen General. Also die einzigen, die ich so groß gefunden habe, ist eigentlich der Asger und Persien. Wobei Asger mich gegen Persien schützt. Also er wird zuerst angegriffen. Finde ich gut, wenn du mich als Schild nimmst. Okay. 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 Oh, katastrophaler Vulkanausdruck. Ja, Rodos bekommt einen Gewohnermär. Das Glück wartet überall. So. So. Mein Händler finde ich dann bei Auckland, da kriege ich eine Straße wenigstens irgendwie da runter. kindwack. tippt, tipp tippt. tippt, tippt. tippt, 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 tippt. Irgendein Video, was ich mal hochladen wollte, oder was ich geplant habe, würde ich TapTapTot nennen. Bin mir nicht mehr sicher, welches es war. Ich glaube, es war Magic gezogen. TapTap. KapTap. Übrigens, Silly, weißt du eigentlich, was möchten das eigentlich Walther und seine Beoi, was spielen die immer so m^^? corporate musicals. Ah, Commander. sagen sie formate für das ist kein wirklich richtiges deck habe muss aber ihm eine deckung auseinanderbauen ich hoffe du hat jetzt endlich mal meine bundles verschickt hat er schon seit paar tagen jetzt drauf wenn ich bald meine unboxings machen wenn meine stadt wieder gesundheit bekommt finde ich auch gut als der tobi alter asker wessen tastatur klackert hier mehr ja meine wahrscheinlich jetzt mikrofon ich kann meine augen gekauft ich habe mir extra so eine tastatur gekauft die richtig laut ist ja gut meine tastatur ist auch nicht so leise aber aber es aber es neues geld von meinem vorm obs hält den sound relativ gut ab wenn ich spreche und ich habe die und ich habe auf der tastatur um dann hört man das auch aber was hast du eigentlich für eine tastatur tobi ich habe ne kosair ich habe nur darauf wert gelegt dass man die sauber machen kann also dass da keine zwischenräume oder so sondern das einzigste sind die tasten halt jemand machen kann so gut ich habe ein paar zwischenräume ich mag das ich mag das gar nicht wenn du kannst sie einfach auf den kopf stellen oder so einmal durchpusten und dann ist sie halt sauber weißt du das ist natürlich cool mit meiner alten tastatur hatte ich nur zwischenräumen und da siehst du einfach wie Dreck ansammelt das einfach muss nicht sein deswegen habe ich mir eine neue tastatur auch gekauft ursprünglich die alte ist ja so versifft war aber die neue ist halt jetzt mittlerweile gefühlt auch nicht besser so wegeberg wegezwerg oh ich könnte ränder haben auch ein aqueduct universität besser das aqueduct hier oder da oben auf den dschungel aber wenn ich so stau das ist ja mit deinen einheiten passiert ja nicht warum siehst du ihn wieder zurück nach der witzigste wenn der harte kommt kommt ich sehe mir fällt nicht die mir fällt auf dass kleopatra auch aufrüstet also bitte also schiebe ich gerade meine aufmerksamkeit woanders hin auf kleopatra darf man sich nicht mal eine kleine armee halten um sich sicher zu fühlen und was ist mit deiner armee rüstest du nicht auch auf im moment nicht er rüsten tat ab alter ich habe schon über ich bin schon über ja ich bin ausländer abrüstet wenn er die einheiten gegen meine stadt ja ich laufe ja auch nicht an außen rum ne und der harte bait lol das bringt trotzdem nicht viel die stadt hat mauern das ja ja mhm ich kann aquädukte bauen übrigens ok dann weißt du welche die ich schon hab oder das ist grad so dieser das war grad irgendwie so ein richtig wider flex also das war ohne witz das war so ein richtig wider flex der war sogar der war unter dexter niveau also dann weißt du ja was ich gebaut habe oder ja das passiert wenn man nur armeen aufbaut und die wissenschaft hin liegen lässt soll ich jetzt eingeschüchtert wirken du nicht du bist ja nicht mein erklärter fein das stimmt auch wieder mein erklärter fein ich finde das so gut mein erklärter fein wie silly jetzt der ernstfeind einfach geworden ist der will ja kämpfen respektiere ich ja er will ja kämpfen auch wenns sinnlos ist er wills ja naja ich hab gelernt in civilization das sind wir darauf hinaus wenn du denkst ja das wird schon was der krieg wird ja enden der wird ja aufgeben und er nicht aufgibt das hört man beide reiche auf langer frist was wie war das ich hab was davon wenn ich deine modernisierungen plündere was kommt mir das sich bekannt vor irgendwie wie so ein bisschen silly vielleicht kommt ich weiß nicht was läuft storm alter er ist sich krass aus der affäre gezogen hier ich hab ihn gefragt ob er mitspielt und was kommt ich stream heute er macht den late night long long day halos stream ja der stream bestimmt immer noch ich muss mal gucken auf youtube ich hab ne benachrichtigung bekommen haloci game night w subscriber map pack und ip discord stb was auch immer in 8 runden ist das ding zu ende da ist Zeit alter das game das game ist dann vorbei sag was hast du nur 3 städte nein ich hab 5 äh ne 4 die fünfte ist irgendwann im aufbau die war ist eigentlich schon in planung aktuell klar 10 ich hau mir dann nen siedlerauf und luxusgut mit drauf dann hol ich mir die steine hier unten die werde ich aber nicht abbauen und so aktuell ich eher mehr am staudebemme bauen und so und so und so da kommt der stadt und wenn die stadt schon sieben von sieben wohnraum hat und teils nicht begeistert für eine expedition in den norden welchen bei dir der norden bei über überall von maxi in den norden von kumari kann da weiter aus den kontinent ja da ich weiß ich war schon oben bei dir was soll denn da oben sein sag ich mich gerade auch ja viel will ist meint ich habe dann stress mit meinen nachbarn die wir nicht gut ist weil ich mir da tatsächlich oben bei dir überall von singapur könnte ich mir echt eine gute stadt eigentlich in klatschen in die wüste mit rein du musst erstmal durch meine durch bei dem fluss ich fall einfach außen rum mittlerweile kann ich mittlerweile kann ich schiff gar nicht schiffen also einfach mal nicht wassern kann die wüstenstadt ja nek bist du dich immer noch im krieg ja ja das stimmt sich muss. Oh, jetzt dauert es nur noch 16 Runden. Gesundheit. Gesundheit. Was gibt denn eigentlich Weihrauch nochmal, wenn man da eine Industrie draufhaut? Ne, wenn man da ein Ding holt. Ich glaube, ich glaube. Ja. Ist jetzt nicht so geil. Wenn man nur 3,1 Glaube die Runde bekommt. Der Glaube. Wenn ich Glück habe, kann ich mir vielleicht auch irgendwann mal so eine große Persönlichkeit kaufen. Schön. Ich finde dieses Kopf-an-Kopf-Rennen auch immer mit dir interessant, Tobi. Und die großen Schriftsteller. Du musstest ja nicht plötzlich 8 Einheiten oder so auf einmal ausbilden, weil du Angst hattest, von deinem Nachbarn aufgegessen zu werden. Ich habe dir gesagt, ich helfe dich nicht. Ja. Ich weiß nicht, Mann, du hast dich sehr grüß und wahnsinnig angehört. Ich habe dir da nicht so vertraut, um ehrlich zu sein. No front, no front. Aber ich habe dich nicht so vertraut. No front, no front. Mir kann man vertrauen, ja. Ich habe mein Wort. Wenn ich sage, ich will nur die eine Stadt haben, dann will ich nur die eine Stadt haben. Und dann bist du weitergegangen? Ja. Wenn man neben mir eine Stadt kundet, damit meine andere Stadt loyal wird. Ja, aber du bist ja dann trotzdem weitergegangen, weißt du? Das war der. Du bist ja trotzdem dann zur Ziele weitergegangen. Ja. Das war der. Die hat eine Stadt neben mir gegründet. Ja, 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 aber dann bist du ja trotzdem noch weiter. Ja, er wollte ja nicht Frieden machen. Ja, es geht ja so oder so nicht. Ihr könnt doch erst 25 Runden danach Frieden machen. Nein, 10 Runden. Ich dachte, 25. Ich habe schon Frieden zu Angebot geschickt. Boah, mein Weihrauch ist... Das glaube ich nicht. Doch. Glaube ich auch nicht. Ja, aber wenn der Krieg will, will er weiter den Krieg? Macht mir nichts. Wenn meine Nation ein friedvolles Volk ist. Wie viele von deinen Städten sind erobert und wie viele davon sind erbaut? Das spielt nicht so eine Rolle, ja. Das ist... Also es ist nicht dein Volk. Das ist dein Volk. Doch, die sind überredet worden, mir herbeizutreten. Er hat Diplomatie verwendet. Ja. Hey. Ich habe sie gefragt und die haben gesagt, ja. Wer kennt es nicht? Er hat Diplomatie benutzt. Ich habe Diplomatie benutzt. Mir scheint es so, als hättest du sie alle nur alle verprügelt. Ja, mein Streitkolben, der heißt ja auch Diplomatie. Ja, das ist der Punkt. Wenn du deine Waffe Diplomatie nennst, dann kannst du Diplomatie auch immer frei verwenden. Das stimmt natürlich. Da schwingt ja die Diplomatie wie nix. Ich muss ja diese Voiceline echt mal rausholen. Holy shit. Da muss ich aber echt mal... Da muss ich mich anfangen, damit zu beschäftigen. Staudamm dauert 28 Runden. Boah. 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 Der Campus bringt mir nichts Oh ja, nicht auf den Vulkanbauern, holy shit Alter Du willst echt da zu mir rüberlaufen? Ernsthaft? Du denkst, das ist eine gute Idee? Hör zu Du bist mir in Zilli einfach zu großem Wandel nicht geworden Na dann, mach doch Krieg, versuch's doch Das wird nicht gut enden Reicht nur ihm den Arm Du meinst, da reicht bei ihm die Hand Und er nimmt den ganzen Arm Nee, ich hab ihm sogar den Arm gereicht, ja Den ganzen Arm Abgerissen Das ist jetzt ein bisschen peinlich Ich kann keinen Krieg erklären, solange wir die Freundschaft haben Tja Das ist ja blöd, ne? Hm, schlecht gelaufen Ein bisschen blöd, weil Vielleicht bete ich dich ja auch nur, damit du jetzt in Einheiten investierst Und nicht deine Wirtschaft hochmacht Weißt du? Das sind jetzt die Mindgames, die anfangen Weil Ich als Diplomat Ich als Diplomat Ja Weißt du, was ich halt ein Mindgames draus haupt? Das ist jetzt blöd gelaufen, ne? Das ist jetzt richtig blöd gelaufen für dich Ich hab mir nie Ich kriege so ein Pech, aber auch Asker, der die ganze Zeit mit Tobi geschrieben hat Und jetzt im Süden auftaucht Mit seinen drei Einheiten Wenn du wüsstest, wen ich hier angeheuert hab Pass auf, ja Ich würde meine Küsten Schön, schön beobachten Die griechischen Schiffe sind schon auf dem Weg Gell, Asker? Ja, man Die griechischen Schiffe Von Athen aus Ja, du hast gesagt, das ist eine Küstenstadt Ja, weil mit dem Hafen Ja Ja, hau mal deine 20 Schiffe Ich hau da meine 20 Schiffe raus, Alter No problem Das hört sich jetzt nicht so Bedrohlich an Weißt du, wenn du in den Stream guckst Also, ich gebe euch jetzt nochmal eine Chance Ja, euch zwei Ich hab halt direkt auf Athen gesoomt Wenn du halt weißt, wo der Hafen liegt Aufhören, oder ihr könnt weitermachen Aufhören Okay Vor allem den Ägypter Rat ich Nochmal nachzudenken Okay Willst du mal deine und meine Zahlen vergleichen? Kommt der Call an Tobi Ja, können wir gerne machen 335 Ah, ja Mhm Ah, okay Dann schau ich mal in meine Städte Oh Werden jetzt dann bald ein paar Einheiten noch kommen Und du kannst jetzt 335 Igerklären Ist ja echt blöd 20 Runden lang nicht Ach, ja Also, wenn du deine Wenn du deine Einheiten darauf Also, wenn du deine Produktion jetzt darauf verwenden willst Einheiten zu bauen Auf die Chance Dass es so weit kommen würde Dann Lass sie nicht aufhalten Ja Ähm Mach ich Mach ich Mach ich Nuklear Lounge Detect Das kommt dann als nächstes Mach ich, mach ich Wenn das Handelszentrum 13 Runden braucht Dick Uff Hach Hab ich hier das Uff eigentlich noch mit drinnen Das kommt indianische Musik Wieso Hm Wo ist mein Xylophon-Geräusch Äh, Xylophon Das ist Trommel-Geräusch Doll Wenn er Trommel mit Xylophonen verwechselt Die Trommel Beste Beste Leben Müsste ich, dachte Das fällt nicht auf Hm Der Asgard möchte ich schau'n Kommt ja What Nice Oh, das wird vielleicht zu laut Das sind sie auf einmal Alle leise Und wie die Musik hat nicht weiter Ah, ich soll ihnen alle meine Städte geben Das ist ein Angebot FBI Opener War überhaupt nicht laut Nee, überhaupt nicht Es hat überhaupt kein Ohrengriff gegeben Auch mir nicht Aber dieses andere laut Wo ist jetzt ein Aquädukt Ein Aquädukt Irgendwo Ja Viel Spaß Es gibt mir einen Punkt Es gibt mir einen Heureka Was ich brauchen könnte Maybe Man, ich muss jetzt da noch Wieder Siedler raushauen Zum Glück hab ich das Problem mit Yannick Äh Oder wie Yannick nicht Juh, so wie Ja Ihr habt ja so das Problem Oder du Oder keine Ahnung Ich hab kaum ein Problem Ja, dann ist alles gut Nächstes Tag ist es dann alles besser Maxi Ja Kannst du hier bei diesem Golf von irgendwas Was da neben dir ist Wo dieser Weihrauch Wo dieses Räucherwerk ist Kannst du mir da sagen Was Ob das eine ganze Insel ist Oder ob das irgendwie Ähm Keine Ahnung Was genau das Eiche So wirklich ist Golf von Kalifornien ist es Und da ist Ich seh kein Weihrauch Wo genau? Das ist Ihr Räucherwerk Das ist da unterhalb von deiner Von deinen Grenzen Zwei Felder Oder ein Feld Zwischen Zwischen deinen Grenzen Äh Ja Zwei Felder von deinen Untersten Grenzen entfernt Vielleicht kann ich es noch nicht sehen Da müsstest du schon gewesen sein Da ist Bernstein Fisch Quecksilber Vieh Ja sind da Barbaren Oder was Was genau ist da? Achso Oben drüber sind Barbaren Ja Sind das viele? Nee Die sind schon Fast tot Aber da ist noch eine Stadt Glaube ich noch von denen Pyros will was von dir Der will 20 Pferde Und gibt mir 3 Gold Für 30 Gibt mir sein Von sich Offen die Grenzen Nein Loll Warte einfach Alles klar Asko Ja Dann waren Richtig abgehoben von mir Endlich Kriege ich einen Mark Dann kriege ich einen Zweiten Handels Weg Äh Dann kann ich jetzt auch Wege von Sparta aus Launchen Jetzt ist Sparta Hey Tobi Kannst du da eigentlich irgendwie ein Lager hin? Wo? In Ayutja Wo ist Ayutja? Achso du fragst Ich mich Kann es sein dass seine ganzen Städte irgendwie bekehrt werden Askan? Ähm ja ich werde gerade sehr stark invasiert von ähm katholischen Kanadiern Und es sind ein paar Leute gestorben Um eins reduziert Ja ok geht Der Stadion braucht immer noch 25 Runden Das ist Oh Widmung wählen Wählen Oh und ich kriege einen großen Schriftsteller Der Moin Das nicht arbeitslos in dem Eine neue Regierung wählen Oh Ich habe ein paar Plätze wieder frei Ich habe ein paar Plätze Wo ist denn jetzt eigentlich die Massenproduktion der Einheiten? Ich sehe dass die Nummer seit ein paar Zügen gar nicht hochgegangen ist Natürlich nicht aber die kommt bald Kommt bald Okay dann warte ich da drauf Gut gut Oh ich habe hier irgendwo ein Stammesdorf gerade entdeckt Äh ne ein Barbarendorf meine ich Ah da hinten wo mein Speer jetzt hingeht Ja gut Dann kill ich das Dorf doch Äh das Barbarenlager doch mal Okay In wie viel Runden kann ich das killen? In 13 Runden Cool Gefällt mir doch Dein ist mein Vampir dann da Was zu lassen du da für ein Wund Oh Zeus-Statue Ich sehe schon wo der Wo der Wind herweht Wer hat das Wer hat das gebaut? Janik oder Zilli? Janik baut die Zeus-Statue Achso Ich sehe schon Ich sehe schon wo der Wind herweht Wo der Wind hinweht Ich sehe schon was er braucht Drittes Auge Oh Ich habe mich gerade erschockt Ich dachte ich habe verloren Alter wie Tobi 325 hat Oh Seine hat 8 Oh Janik hat nur 8 Diplomatische Grund Natürlich Ich bin nicht Letzte Er ist ja auch kein Diplomat Das ist Ja Das ist richtig Diplomatie wird am besten mit dem Schwert gebührt Ich hätte eigentlich gar keine Daumen geben müssen Aber ich glaube nicht dass ich gewinne Ich denke mal die Wehen wahrscheinlich eh wieder alle Tobi Ja Und Nahkampf Das finde ich gut Oh cool Ich kriege einen großen Wissenschaftler Tschö Mexiko, Texiko Ah, 310 kostet mich ein Handwerker Silly, wie viel Gold machst du in der Runde? Das ist Redacted aus Das ist ein Militärgeheimnis Dann schreibst du mir den Discord Militärgeheimnis Der BND könnte mitfangen Ich trau der Bundesregierung eh zu Dass die es vorher so machen, dass die alles überwachen Mit irgendwelchen Bundestrojanern, bevor ich schnell das Internet habe Das ist richtig Das ist richtig Bundestrojaner Du meinst, dass die auf dem Stand der NSA sind Von 2011 Oder war das 2011? Nee Oder Nee, 2013 oder so war das, glaube ich mal Ja, und manche besitzen die Internetleitung aus 1960 Ja, und ich meine, dass die dann Und die sind dann Techno Und du hast wahrscheinlich dann erst 2100 Schnapp mal schnelles Internet Bis dahin bist du dann wahrscheinlich auch schon fast tot Wahrscheinlich Und dann gibt es auch deutsche Bundestrojaner Weil ich nicht denke, dass Deutschland bis dahin das schafft, irgendwie in sowas gut zu sein Ich habe da kein, ich habe da kein Glauben in die Was? Und dann kann ich Ihnen noch Mutti Merkel Das wird kein Vertrauen Auch wenn er Kamen am Glauben hat Das ist echt enttäuschend Und die arme Mutti Die weint sich jetzt die Seele aus dem Leib wegen mir Ja Gut gemacht, Oskar Und belastend, ja Boah, Barbaren, Schwertkämpfer Schnapp weg hier Ganz weit im Vorhang Okay Okay Lilly, wie sehr magst du mich eigentlich jetzt noch? Was hat er getan? Hm. Was ist so? Ich weiß auch nicht, warum. Weiß jetzt nichts. Ich glaube, er hat irgendwas getan. Ja, glaube ich auch. Was ist denn, wenn er in den Krieg geklettert? Nein, ich habe etwas anderes gemacht. Was dann? Er hat etwas naheliegendes. Er hat etwas naheliegendes. Er hat Stadtschatten geklaut. Achso, gesiedelt. Du hast Banda Brunei geklaut. Na, der hat den Krieg. Wie gesagt, Beat Flex. Wie gesagt, Beat Flex. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will nichts sagen, aber irgendwie wächst deine Stadt da einfach gar nicht Welche? Naja, die, die du geklaut hast Die Freizeit, meinst du? Ja, die wächst auch nicht so War wohl nicht so eine schlaue Investition Hab Irgendwann vielleicht Oder irre ich mich da jetzt Nö, konntest du sein, aber Du weißt ja nie, ne? Muss ich was sagen 81 glaube alter ist viel wundert mich nicht dass du dann 113 kultur bekommst warum ja wenn du die lernsänger hast wenn sich dein glaube in wenn du da 20 prozent in kultur und ding umwandelst dann wissenschaft und gold ja ist ein guter ding vor allem am besten ist noch wenn ich gold ne zeitalter habe kann ich mir für glauben einfach handwerker und ding sie es kaufen handwerker siedler und händler und das ist dann ziemlich gut das ist dann mega broke mhm das ist Entschuldigung. Wie viele Städte hast du, Tobi? Sieben. Sieben? Ja, okay. Wundert mich nicht, dass ich dann weniger bekomme. Wenn ich gerade mal zwei Städte habe, die eigentlich mir wirklich Kultur und Wissenschaft geben, ja, ist echt so. Weil ich Sparta mal pushen musste eigentlich. Müssen wir mal ein Lager bauen. Muss ich vielleicht auch mal, nur so was ich hatte. Na, man weiß ja nie. Oder Janik? Oh. Man weiß nie, da hast du recht. Nur so, damit ich auf Nummer sicher bin. Man kann nie wissen. Oh. Was baut der da? Baut der das Orakel oder was? Orakel im Bau. In Susa. Da dauert bestimmt noch 30 Runden. Da bin ich schon zur Hälfte fertig. Alter, ich wollte auch die ganze Zeit noch ein... Das Orakel. Von Delphi. Handwerker kaufen. Ja, Mann. Orakel von Delphi. Von dem Seeriesen gefressen wird. Oder zumindest in Magic. Wer kennt nicht die abenteuerliche Reise? Von dem kleinsten Hinterwettlerdorf nach Delphi, um zum Orakel zu kommen. Ich kenn sie nicht. Ich kenn sie nicht. Kennst du sie nicht? Kennst du sie wirklich nicht, Tobi? Nur um dann durch Hüllen voller Monster zu kämpfen. Ach, ist deine Zeus-Statue endlich fertig? Zeus-Statue? Entschuldigung. Ich seh die Anzeige und ich seh auch, dass es auf deiner Stadt gibt. Zeus. Zeus. Zeus-Statue. Zeus-Statue. Es ist eindeutig nicht Zeus-Statue. Zeus-Statue. Eindeutig. Wer ist denn mein Juli, Alter? Äh... Hier, das ist Tom Minis. Da sehen wir den auch immer raus. Tom Iris. Ne Frau, immer noch. Sie ist es. Sie ist es. Machen wir weiter hier. Schilder mal. Stardust Crusader. Der Stardust Crusader. Der Stardust Crusader. Trist du jetzt? Was sagen muss? Glocke. Trist du, hast du zufrieden. Ich hoffe, dass du drei Leute schon, dich schon zufrieden. Wie du vorstürst. Was ich sagen muss? Mit Griechenland spiele ich tatsächlich eigentlich recht gern. Einen. Sie sind an sich so ich empfinde sie gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht könnte ich die öfter spielen. Sie finden ja auch gut. Also Griechenland ist ja gut. vor allem wegen diesem einen joker platz den finde ich halt so gut ich finde ich echt mega weil ich eigentlich mal auf krieg rüsten müsste nachdem ich so viele nachdem ich viel kriegskarten eigentlich immer im ding mit drin habe meine regierung ich könnte ding angreifen eigentlich passieren du könntest persien angreifen ja jetzt war nur ein bisschen mehr stärke als ich aber ich glaube ich eigentlich an stärke verloren weil mein vampire runtergegangen ist ist er nur noch fünfte nahkampf stärke weil er gerade das schiff ist obi bist du fertig obi würdest du eigentlich oder auch ohne geheimgesellschaften spielen hier weniger warum warum nur ich nehme die ja nicht immer nur halt wenn ich mit einem glaubensding zusammen habe also immer dann wenn du ägypten spielst naja das bietet sich halt an wie ja wenn der staudamm zwei hunden früher fertig wird Der staut auch. Ja, Mann. Der staut immer. Wenn in drei Runden endlich das Handelszentrum fertig ist. Der staut und dämmt, I guess. Ja, Mann. Kann man Siedler eigentlich übers Wasser schicken? Ja. Aber da brauchst du... Schiffsbau, glaube ich, oder? Ja. Damit sie da dementsprechend wassern können. Können sie Wasser lassen. Ja, Mann. Oh. Irgendjemand hat eine Rettung. Ich habe überall in meinem Bereich so Sphinxen gebrannt. Die sind voll schön. Und was machen die? Die sind endgut. Die geben Feldern drumrum, Annehmlichkeit. Und machen dann, wir geben irgendwie ein Kultur, ein Essen oder so. Ne, ein Kultur und ein Glaube. Die geben Annehmigkeit. Schlussgebäude. Nein, Kanada kommt. Kanada. Stimmt, da ist ein Missionar in deine Richtung unterwegs. Ja. Schrecklich. Entschuldigung, ich habe gleich einen weiteren Handelsweg. Hätte vielleicht doch ein bisschen früher auf noch ein paar mehr Städte gehen sollen. Maxi, wie viele Städte hast du eigentlich? Ich muss auch mal bei Carguana gucken. Hat das eigentlich einen Sizeren? Nein. Kyrus hat Tobi den Krieg erklärt. Oh, das ist ein bisschen unbeleide. Sansibar hat auch gerade Ägypten. Nein, you're fucking kidding. Oh, braucht ihr jemand Hilfe? Ich glaube nicht, der Perser hat die den Krieg erklärt. Ja, Mann. Ja. Na gut, ich habe mal einen Stand, der ist bald Instant Maun gerusht. Dann... Okay, dann habe ich ihn jetzt also schon mal weg vom Fenster, ne? Dann... Ich bin doch noch mal ein Teil willkommen. Wo ist mein fucking Vampir eigentlich? Ich guck mal in dein... Tobi, guck mal. Guck mal in deinen... In deinen Lock rein. Warum? Was für ein Lock? Es haben sich gerade Dinge geändert. Was soll sich geändert haben? Hast du Presslow genommen? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich sehe nur, hat Ägypten den Krieg erklärt, hat Ägypten den Krieg erklärt, hat Ägypten den Krieg erklärt. Hier sieht man das nächste Runde. Oh, nein. Ah, Freundschaft. Ah, Freundschaft. Ach so, die Anfrage. Ach so, die Anfrage. Irgendwelche Anfrage, Leute. Willst du Dingens nicht den Krieg erklären? Wem? Kyros, der ist geschwächt. Kyros, der ist geschwächt. Der schickt seinen ganzen Shit zu mir. Tobi, warte mal auf nächste Runde. Da kommen die 20 Flotten aus Athen. Ja, Mann. Die ganzen Kriegsschiffe aus Athen, die kommen dann alle rüber. Aber Kyros ist ja mal mega eingeengt, Alter, oder? Ja, Kyros ist ja mega gegeologt. Das ist nicht ein Scheiß. Also, ich hab gehört, Tobi, wir teilen dann auf. Du kannst die Hauptstadt nehmen und Franka und ich nehm dann Bakhtiari und Susa. Ja, du bei der Hauptstadt noch was. Aber ja, du kannst die unteren Teile haben und ich nehm den oberen Schritt. Ich hab gehört, Banda, Brunei und Auckland haben Kyros den Krieg erklärt. Soll ich nur, ob Banda, Brunei da eigentlich runterkommt? Geht da echt auch dran, von was der Sucerin eigentlich ist? Ja, gut, also der macht hier nichts. Also, der hat mir halt den Krieg erklärt und jetzt hab ich halt schnell mal die Mauern da gerusht, indem ich die mit einem Handwerk einfach freigeschaltet hab und jetzt macht er halt gar nichts mehr. Good fucking job, Alter. Da sind die Tate. Was mag ich? Ein Speichermonument. Mag. Okay. Die Situation da hat es geregelt. Fünf Annehmigkeit. Oh, ich glaub, der hat sich so früh gemacht. Man, shit, der geht da erstmal nicht weg. Nur so als... Und... Ich glaub nicht. Endlich sind die da weggegangen, als kann ich da mal eine Stadt gründen. 60 Runden. Maxi raus Wir haben ja die Runde noch nicht beendet Kann ich währenddessen mal schnell auf Toilette gehen Ich bin wieder da Also ich hat es nicht rausgehauen Doch, doch, du warst bei uns gelegt Also du musst neu Neu reingehen Ja, du musst beenden, du bist der letzte Menschsspieler bei dir Ich muss hier nochmal ins Hauptmail Das Ding gedingelt Ich bin ein Ding gedingelt Brauche ich da eine Einladung? Ne, du kannst auch überhaupt betritten Wie kann man da beitreten? Multiplayer? Ne, äh, Shift-Tab Shift-Tab, ja Dann gehst du auf Rechtsklick Ja Da musst du dir unten im Stillen Spiel beitreten oder Lobby beitreten Okay, danke Ah, jetzt warst du vermutlich So, ist Maxi wieder drin Also er verbindet's gerade Ah, dritt bei Boah, was du das? ich muss einfach sagen das dauert ja ewig na jetzt kann ich wieder meine pfeiltasten nicht verwenden das ist ein opfer das du halt musst also vor kurzem moment hatte ich echt angst dass mir der den krieg wer kyros echt kurz angst dass mir kyros den krieg geklettert was hat denn der überhaupt für eine militärische stärke hm welcher ist denn das ist der hinter dir ja der unterhalb ok der ist doch mit dem jetzt im krieg wir reisen ja nicht ich bin ja nicht mit dem im krieg also es ist ja wummt egal ich meine ja so wie wie und er meinte dass der angst hat aber so das ist immer noch 6 ok ja jeder hat da gar keine stadtmauer gebaut ja da vorne auch keine stadtmauer ich könnte eigentlich bloß ihm sein zeug raiden jetzt wo ist mein vampir ja kann ich eigentlich sein wunder äh raiden wenn der das hier wenn du dich drauf stellst du kannst du nicht mehr bauen oder aber er kann nicht weiter bauen wenn du deine einheiten draufstehen ja ja ah cool kannst du den gerade da von unten an oder was ich bin mit meinem schwertkämpfer mal hochgelaufen warum seine weil ich gucken wollte ob ich seine modernisierung nicht kaputt machen kann kann ich die ein bisschen plündern oder ich könnte seinen Bezirk da unten plündern seinen heiligen Bezirk ist mir gar nicht mehr so schlecht kriege ich ein bisschen Gold die Kärtestätte 10 110 der Wilfried hat halt 250 militärische Stärke ich brauch mal wieder ne Ding ne ne Gouverneurs ach ne es gibt mir die gesamten 72 diesen haben wir nur das Die können sich auch noch modernisieren. Geht vielleicht die Produktion von meiner Hauptstadt ein bisschen hoch. Oh Gott, die Kanada-Leute kommen zu mir. Die ganzen Frieste rumkommen. Schau mal wie viele da sind. Die waren alle bei mir, guck mal, die sind immer noch hier bei mir. Es sind immer noch drei. Und hier rennen sonst auch noch überall welche rum. Der Plan ist erst ausgebrochen, der kann jetzt nicht noch mal ausbrechen. Es ist schlimm, wenn sie ihre Religion zu mir bringen. Nö. Nö. Ah, wo das braucht, Tau. Muss ich mir jetzt mal bei den Händler holen? Ich muss jetzt erst mal ein bisschen boosten. Was musst du boosten? Ah, Forschung. Aus Universitäten. Dann krieg ich wieder ein bisschen mehr Forschung. Ich muss jetzt eh noch gucken, dass ich hier in ein paar Städten ein bisschen mehr Produktion ran krieg auch noch. Das Kriegebiet wäre aber jetzt nicht schlecht, wenn ich das mal bauen würde. Und dann krieg ich wieder ein paar Städte. Und dann krieg ich wieder ein paar Städte. Und dann krieg ich wieder ein paar Städte. Der Kyros hat nur 188 Militärstärke. Nö. Ich schicke da noch den Vereinigten. Ich nicht. Der hat ja nicht mal wirklich, der hat ja nicht mal Stadtmauern. Ja, ich weiß schon. Er hat ja gar keine Armee. Hat er nicht. Das ist jetzt die Sache. Könnte ich an sich auch einfach ein bisschen rüberrollen. Aber er hat ein paar Lager gebaut. So zwei Stück. Ja gut, aber die sind nicht so stark, wenn die... Also die können eigentlich gar nichts, wenn da keine Städte Mauen sind. Ja. Das bringt ihm nur was, dass er halt einen hätten dann ausbildet in der Dinge. Ja, klar. Wenn er Mauen hat, dann können die auch schießen. Dann hat er halt zwei Dinge, mit denen er schießen kann, was halt richtig stark ist. Ja, ja, aber er hat einen Mauen. Deswegen. Das wundert mich eigentlich. Ja gut, ich habe auch keine Mauen aktuell. Achso. Deswegen, das ist jetzt nicht so stark. Oh, Yannick braucht's wieder. Ja, ich darf erst, wenn ihr gespielt habt, ihr Honks. Achso, stimmt, ja. Ja, stimmt. Wir haben ja die Dinge rund, nicht mehr Simultanzüge. Ich würde mir bedenken müssen. Ich würde mir bedenken müssen. Jetzt kommen die ganzen Priester zu mir. Ja. Ja, ich glaube. Ja. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht so, wichtig, geht es. Ja. Ich glaube, es geht es nicht sehr. Ja. Einer benötigt Befehle. Boah. War da so ein Krieger noch drauf? Pyramiden hat jemand gebaut. Es ist so spät. Es wundert mich ja auch. Du hättest ja auch bauen können eigentlich. Ich hätt schon auch irgendeinen Platz gehabt. Wollte ich jetzt nicht. Okay. 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 Amen. Amen. Man kann nicht mehr mit Tobi handeln. Hm? Ich kann auch mit dir handeln, wenn du... Handel doch mit... Ja, wenn du da die Städte da haben, dann finde ich mit dir sogar handeln. Weil der hat das hier geblockt mit seinen Grenzen. Nix, Alter, block das einfach. Ja, Mann. Ich hätte echt gerne einen zu dir rüber geschickt. Weil ich... Wir beide profitieren ja nur davon. Natürlich profitieren wir. Vor allem aktuell, holy shit. Beste Leben, wenn man jemanden zu dir schickt. Ich geh mal einfach... nachzurüsten. Ich weiß schon, dass wir beide davon profitieren. Ägypten kriegt halt acht große Händlerpunkte. Jo. Moin. Erzien bekommt sieben große Wissenschaftspunkte. Macht mir Konkurrenz hier. Und neun Schriftstellerpunkte. Kriegt Tobi. Ja, Moin. Ja, Moin. Ja, Moin. 3.94 Wissenschaft bekommen. 4.5 Wissenschaft. weiter geht immer von hier aus wo genau liegt der ist ansiebar ja über mir da oben jetzt ok das bier aus seinen duden drinnen einen guten gut gucken will ich dann als nächstes hier den steinbruch andere wie viel ich da bekomme theoretischerweise könnte ich jetzt einfach alles plündern profitiert davon halt nur und janik ist raus ich könnte mir vorstellen dass es ein disconnect hat weil er nichts mehr sagt ich speichere an der stelle mal ich habe keine ahnung wir haben jetzt halb zwei also um die zeit ist ein internet aber am schlechtesten aber wenn ihr wollt die können jetzt auch komplett aufhören und dann wann anders weitermachen es ist ein gamer könnte man tatsächlich auf jeden fall weiterspielen interessant ich bin dabei und ja 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 auf jeden fall müssen wir halt nur gucken wann machen wir noch eine runde lol ja ja können wir machen ok na gut dann du hast gespeichert Aska oder jo mal schnell sprechen ich bin der letzte verbleibende spieler ich habe gewonnen nein ich bin der letzte ich bin der letzte vor ich bin der letzte